Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin Rico. Märchen sind toll. In der 66. Märchensammlung gibt es wieder ein paar Geschichten, welche seinerzeit von Heinrich Seidel verlegt wurden. Unter ihnen ist auch die Wunderbrille. Diese Geschichte ist auf diesem Kanal ziemlich beliebt und wenn du sie noch nicht kennst, wünsche ich dir viel Freude mit ihr. Und natürlich auch mit all den anderen Geschichten dieser Märchensammlung. Und wenn du kein Märchen mehr verpassen willst und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn und aktiviere auch die Glocke. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die beiden Jungfern von Elisabeth Möhring Als der liebe Gott noch alle Abende zum Monde sagte, Herrgott's Nachtwächter, hänge dein silbern Horn um und ziehe deine leisen Filzschuhe an und steige behutsam über die hunderttausend Berge in die Welt und siehe nach dem Rechten. Da lebte bei den Menschen eine alte, weise Königin. Die war müde geworden vom Kronentragen und die goldene Krone mit den dicken, bunten Edelsteinen tat ihrer Stirn weh. Darum sagte sie zu ihrem Sohne, dem jungen Könige, Meine Augen werden nun alt und können nicht mehr erkennen, ob die Mädchen meines Königreiches den Saum ihrer Röcke heil und sauber halten und ob das Linnen auf den Bleichen nicht das Finger mal böser Dienerinnen trägt. Vor mein Ohr hat das Alter und vielleicht schon der Tod ein Schloss gelegt, dass ich nicht hören kann, ob Nachtigallen in unseren Hecken schlagen oder törichte Mägde nachts leise Lieder singen. Und meine Lippen mögen nicht mehr singen und scherzen und Starre und Meisen und Schweiben wollen nicht mehr nisten an den Fenstern und den Sträuchern unseres Schlosses. Und hast du nicht geweint, weil die Rosen und Nelken und Hyazinthen ohne Duft und ohne Farbe in ihren Beeten stehen und weil die bunten Kieselsteine nicht lustig klingen wollen und die Springbrunnen nicht mehr flüstern? Die Blumen und die Vögel und selbst die Kiesel und Wasser sind traurig, weil keine junge Königin mit ihnen lacht und Lieder singt, welche Vögel zum Nestbauen locken und den Nelken und Rosen und Hyazinthen die Freude ins Gesicht treibt. Also, ziehe aus, mein Sohn, und suche dir eine Königin, damit unser Schloss seine Trauer ablegt und der Wein an seinen Fenstern hochklettern mag, um zu sehen, wie ein junger König und eine junge Königin tun. Das war dem jungen Königssohn schon recht, denn er war jung und fröhlich und weilte nicht gern in dem ernsten Schloss und seinen blassen, stillen Gärten. Darum legte er den Purpurmantel um, setzte seine goldene Zackenkrone auf, nahm das Zepter zur Hand und wollte sich auf den Weg machen, eine Königin zu suchen. Aber die weise alte Königin sprach, »Nicht doch, mein Sohn, für einen, der in Gold und Samt und Seiden kommt, wird sich das Laster als Tugend kleiden und die Faule wird ans offene Fenster ein Spinnrad rücken, an dem der Flachskecker lacht als die Sonne. Die Fleißige und nie müde aber sitzt tief in der Kammer und schaut nach niemand aus, aber ihr Flachs hat erst Zeit zu lachen, wenn das Linnen fertig ist.« Auch sonst gab die alte Königin ihrem Sohne noch allerlei Wahrzeichen, wie er die Rechte erkennen könne. Da zog sich der junge König, seines Schreibers eng und dürftig, Wämslein an, steckte sich einen Gänseklei hinters Ohr, nannte sich Magerklee das arme Schreiberlein und zog für Bars von Ort zu Ort. Aber nirgends fand er ein Mädchen, das er seiner Mutter hätte heimbringen mögen, damit sie ihr die goldene Krone schenke. Als ihm endlich die Sohlen an den Schuhen locker wurden und die Heller in seinem Beutel so rar waren wie Fettaugen auf einer Waisenkindsuppe, kam er an das Städtchen Hühnerloch. Das lag weit hinten in seinem Königreicher und hatte einen pfiffigen Torwart, aber einen dummen Bürgermeister. Der hieß Speckseid und trug an seinem Bauche schwerer als an Ämtern und Würden und den dazugehörigen Goldketten. Er hatte auch eine Tochter. Die hieß Gieselinde und war eine hübsche Dirne, aber eitel und faul, dass sie ihr Lebtag noch keinen Finger ans Spinnrad gelegt hatte, das von der faulen Jungfer in eine Ecke gestoßen war. Und der Flachs an der Spindel sah aus wie der wirre, graue Schopf einer bösen Hexe. Die Sonne, die immer alle Hände voll zu tun hat, ärgerte sich recht an dem Mädchen und so oft sie sah, dass die Jungfer zum Fenster hinaus Maulaffenfeil hielt und nach einem schönen und reichen Freiersmann aussah, hielt sie ihr einen Goldspiegel vor die kecken Augen, der sprach, Jungfer, da ist ein böses Funkeln in deinen hübschen Augen, denn schlechte Gedanken sind wie Kröten, die ein Gift lassen, wo sie am liebsten saßen. Jungfer, da ist ein böser Fleck auf deinen Lippen, denn hässliche Worte sind wie Kröten, die ein Gift lassen, wo sie laufen. Jungfer, da ist ein schlimmes Mal auf deinen Händen, denn Trägheit ist die allergiftigste Kröte. Aber die Gieselinde-Speckseite machte der Sonne ein tückisches, bitterböses Gesicht und hörte lieber ihrem eigenen Spiegel zu. Der sagte, so oft sie danach fragte, was denn so allerliebst an ihr sei. Dirnchen, wie sind deine Eichkätzchen-Augen wunderschön blank und keck und dein Haar ist gelber und goldener als der Garn, das Muttersonne mittags um den Hühnerlocher Kirchturm spinnt. Und deine Haut ist fein wie der Taufschleie eines Nixen-Kindes, den die Mücken über dem Bache weben, wenn es Abend wird. Das glaubte das eitle Bürgermeisterkind und konnte sich nicht satt hören an solchen Reden. Da war die Jungfer Rührdich, die am Grunde des Marktbrunnens wohnte und spann, ein anderes Mädchen. Die saß und spann, wenn die Sonne sich in der Frühe ihr gelbes Haar kämmte, dass das Wasser im Brunnen von dem Glanz aufwachte. Und sie saß und spann, wenn der Mond des Abends in seinen weißen Filzschuhen über den Markt kam und sich am Brunnenrand ausruhte und das Wasser im Brunnen unter seinen freundlichen Augen einschlief. Morgens lachte die Sonne der Jungfer Rührdich zu und sang Jungfer mit den flinken Händen, guten Morgen, schöne Zeit, will dir einen König senden, der die fleisge Jungfer freit. Denn sie hatte das Dörnchen lieb und streichelte ihm gern das gute Gesicht, das nie die Augen in Neugier wandern und nach einem Freiersmann Ausschau halten ließ. Der Mond aber flüsterte abends in das Brunnenwasser hinein, streif ab, streif ab, das grießgraue Kleid, der Königssohn Jungfer such dich, ist bald hier, an der Brunnentür, blühen Königskerzen, dir im grauen Schloss, wird im roten Osten dein Hochzeitsroß. Aber die Brunnenmaid glaubte, so schöne Reden könnten nur der hübschen Gieselinde Speckseid gelten, weil sie die schönste und reichste und stolzeste weit und breit war. Und es fiel ihr nicht ein, die Spindel in einen Winkel zu stoßen, sondern sie saß und spann, wenn die Sonne in der allerersten Frühe ihr gelbes Haar kämmte, das das Brunnenwasser von dem Glanz aus seinem Schlaf verfuhr. Und sie saß und spann, wenn der Mond auf seinen leisen, weißen Schuhen über den Markt kam, um sich am Brunnenrande auszuruhen und das Wasser unter seinen freundlichen Augen einschläf. Die Jungfer Rürdig war eigentlich ein Königskind, aber eine strenge Fee war ihrem Vater, dem Könige, Gram gewesen, weil er sein Lebtag nichts tat, als Feste feiern, Lachen und goldenen, lustigen Wein trinken. Weil er nicht hören mochte, dass es Herzleid in seinem Lande gab, ließ er den Armen und Traurigen Schellen an die Lumpen nähen, dass sein Reich klang und sang vor Freuden. Als ihm nun ein Töchterchen geboren wurde, kam die strenge Fee um Mitternacht, nahm das Kind aus dem seidenen Königsbett, badete es in einem bitteren Wasser und trug es auf den Grund des Brunnens. Als es dann groß geworden war, brachte ihm die Fee ein graues Kleid und eine Spindel und sprach zu ihm, Aus den Tränen, die dein Vater nicht trocknen wollte, sollst du Tau spinnen, Jahr aus, Jahr ein, bis Land und Wiesen wieder reiche Früchte tragen, denn der Übermut deines Vaters ließ das Land vertrocknen. Spinnen sollst du und das graue Kleid tragen, bis seines Königs Träne in deinen Schoß fällt und Königskerzen aus ihr erblühen und bis ein König dich an den Brunnenrand ruft und dich küsst, wie es geschieht, wenn ein König eine junge Königin findet. Also saß das arme, verwunschene Königskind in seinem grauen Kleide und Spann und sah nicht auf von seiner schweren Arbeit und dass ein König es einst erlösen würde, hatte es fast vergessen. Als nun der Schreiber Magerklee durch das Hühnerlocher Stadttor will, sieht ihn der Torwart von oben bis unten an und fragt, was er denn in Hühnerloch suche. Es war ihm nämlich seltsam vorgekommen, dass sein Schreiberlein Königslocken trug, rot wie Kronengold und seidenweich wie von einer zärtlichen Fee unter des Himmels Hut gesponnen. Was ich bisher noch nirgends fand, ist Freund Magerklees Antwort. Eine Jungfer, an der sich selbst die harten Kieselsteine freuen und von der die Vögel lernen, wie ein Nest warm und die Blumen wie ein Gesicht lieblich wird. Hm, meinte der Torwart. Sowas Rares hat noch kein Mensch in Hühnerloch gesucht. Aber am Markt wohnt eine bildhübsche Jungfer. Die wartet schon lange auf einen besonderen Freiersmann. Und wenn mich meine Wächteraugen nicht betrügen, liegt sie schon wieder am Fenster und sieht aus, ob der rechte nicht bald kommt. Und wenn sich eure Nase darauf versteht, wie das beste Fett riecht, werdet ihr bald wissen, wo die feine Jungfer wohnt. Schönen Dank für die genaue Auskunft, sagte der Schreiber und zog durchs Tor. Da nun ein Königssohn wohl weiß, wie ein Fett riecht, das in der Pfanne lecker duftenden Schaum wirft, hatte erst bald heraus, wo die hübsche Jungfer zu finden sei, und stand alsbald vor des Bürgermeisters Hause. Richtig, Speckseits Gieselinde lag im Fenster und wollte sich jedes Mal totlachen, wenn ein Armer vorüber zog, dem der Magen anfing vor Neid zu knurren, dass es aus des Bürgermeisters Küche noch nach fettem Essen roch, wenn in ganz Hühnerloch auch nicht ein Schornstein mehr von der Abendsuppe dampfte. Denn zum Abend tat es der Bürgermeister Speckseid nicht unter einem goldbraun und knusprig gebratenen Spanferkel, das mit handfesten Klößen aufgarniert werden musste, und mit Pflaumen, die sich am heißen Fette aufbliesen, als hielten sie es für eine besondere Ehre, in einem Bürgermeisterbauch wandern zu dürfen. Der Königssohn sieht das hübsche Mädchen und denkt, die könnte es sein. Farben hat sie im runden Gesicht, dass unsere Rosen und Nelken und Hyazinthen nicht blass dabei werden, und lachen kann sie, dass ganz Hühnerloch davon klingt. Also ruft er zum Fenster hinauf. Hey, Jungferspeckseid, wollt ihr nicht eine Madame Magerklee werden? Geld habe ich keins, aber einen Kopf voller Anschläge und diesen Gänsekiel, der nicht von gewöhnlichem herkommen ist. Und wenn uns der Herr Bürgermeister, euer Vater, morgens, mittags und abends ein Kälbchen oder Ferkel oder sonst ein sauberes Tier braten lässt und an Pflaumen und Klößen nicht spart, könnt ihr eure Freude am Schreiber Magerklee erleben und bald ein Fassband kaufen, damit ihm der Leib nicht in den Nähten platzt. Er hätte gern noch allerlei Mutwillen und Scherz der schönen Jungfer ins Fenster geworfen, um zu erfahren, ob ihr Herz Raum für einen netten Spaß habe. Aber es fuhr solch ein Hagelschauer von Schimpfreden auf seine seidenweichen Königslocken, das ihm Hören und Sehen verging und er sich schüttelte wie ein Pudel, dem der Pelz gerieben wird. Dass auf den kirschroten Lippen eines vornehmen Mädchens solche Bosheit wachsen kann, hatte er nie vorher erfahren und sein Lebtag war er noch mit keinem ähnlichen Tusch begrüßt worden. Es wäre ihm auch noch das rote Samtpantöffelchen der giftigen Jungfer an den Kopf geflogen und die hochmütigen Stellzacken hätten ihm einen Denkzettel ins Gesicht geschrieben, hätte er das niederträchtige kleine Ding nicht mit geschickten Händen gefangen und der Jungfer Speck sei zurück durchs Fenster geworfen. Dazu rief er noch der schönen Dirne zu, sie möge sich hüten ranzig zu werden wie Ölwirt, das an Mutter hätte recht gehabt, als sie ihn vor den Mädchen warnte, die sich in der Sonne breit machen und den Fleißigen das Licht nehmen und auch vor solchen, die hoch hinaus wollten und Stellzacken an den Pantoffeln tragen. Es war ihm aber doch das Herz voll verdruss über das boshafte Mundwerk der Gisellinde und der Sinn war ihm traurig vom nutzlosen Suchen und dass er nun seiner alten Mutter keine junge Königin heimbringen sollte, die ihr die schwere Krone mit den bunten Edelsteinen von der müden Stirn nähme. Darum setzte er sich bekümmert an den Rand des Marktbrunnens und wollte dort rasten, bis der erste Hahn Krähn und der Torwart das Stadttor wieder öffnen würde. Weil er aber gar so traurig war, rann ihm eine helle Träne über das Gesicht und fiel in den Brunnen. Die fiel und fiel und sank tiefer und tiefer, bis sie in der Jungfer rühr dich schoß liegen blieb. Und alsbald blühte auf dem grauen Kleid des Mädchens eine prächtige Königskerze auf. Die duftete so stark, dass ganz Hühnerloch erfüllt war von dem schönen Geruch und der Torwächter das Niesen bekam und sagte, wir werden etwas erleben in Hühnerloch. Denn oftmals hat ein Torwächter eine feinere Nase als ein Bürgermeister. Damit hatte er recht, denn der Bürgermeister Speckseid und seine Gieselinde lagen tief in ihren dicken Federbetten, schnarchten und merkten nichts. Und auf Blumenduft gaben sie überhaupt nichts, weil davon kein Bratenbraun wird. Der Königssohn aber schlief ein von dem Duft der stolzen Blume und schlief und schlief, während der Mond über den Brunnenrand ins Wasser flüsterte. Grise Grise Graue Brunnen Maid Wo ist dein Hochzeitskleid? Hol es aus der Truhn Darfst nun ruhen Darfst nichts Trauriges mehr sinnen Und den Tau aus Tränen spinnen Grise Graue Brunnen Maid Wo ist dein Hochzeitskleid? Die Jungfer rühr dich aber saß und spann und ihr stilles Gesicht wurde schön als es sah wie hunderttausend Königskerzen aus dem kalten Brunnen Grund wuchsen und wie vornehme Frauentaten die gelbgoldene Brokatkleider tragen Die Königskerzen aber schüttelten ihre Prinzessinnen Häupter das goldene Tropfen dem verwunschenen Königskind in den Haaren hängen blieben an seinen fleißigen Fingern und an der Spindel die ihr Rat hundertmal schneller schwang als sonst und dazu sang es saß seine Jungfer im Brunnen Grund bei Nixen und Neck musste spinnen und spinnen durft nichts frohes sinnen bis ein König kam und zur Frau sie nahm selbst die stolzen Königskerzen hatten ein Lied das sang von der Träne eines Königs die einen bösen Zauber lösen kann wenn sie auf den rechten Grund fällt der Mond aber war der lustigste der sang sein Lied am hellsten und weil er es sich erlauben darf warf er seine weißen Filzschuhe in die Luft dass sie dem Abendstern beinahe an die Nase flogen Einer einer den Schuhen des alten Mondes aber traf die Schulter des schlafenden Königs Sohnes dass er davon munter wurde Als er sich nun den Schlaf aus den Augen waschen wollte und seine Finger in das Brunnenwasser tauchte konnte er bis auf den tiefen Grund sehen und erblickte die Jungfer mit den goldenen Tropfen im Haar und an den Fingern und im Flachs der singenden Spindel da wusste er sich nicht zu lassen vor Entzücken und fragte goldene Jungfer im Brunnengrund was spinnst du antwortete das Mädchen und lässt die Spindel schnurren tau aus Tränen ja aus ja ein nie riss mein Faden fragte der Königssohn weiter goldene Jungfer im Brunnengrund was blüht dir im Kleide antwortete das Mädchen es fiel eine Träne in meinen Schoß daraus blühte Gold küsst mich ein Königssohn wer ich ihm heult ließ Flachs und Spindel sein wer seine Königin fein da fingen der Mond das Spinnrad und die Königskerzen an zu singen grise graue Brunnenmaid wo ist dein Hochzeitskleid hol es aus der Thron darfst nun ruhen darfst nichts trauriges mehr sinnen und den Tau aus Tränen spinnen grise graue Brunnenmaid wo ist dein Hochzeitskleid das sangen sie so laut dass der Torwart das Ohrensausen bekam und sprach Hühnerloch wird etwas erleben denn oftmals hat ein Torwart bessere Ohren als sein Bürgermeister damit hatte er auch diesmal recht denn der Bürgermeister und seine Tochter Giselinde lagen tief in ihren Federbetten und hörten nichts und außerdem gaben sie auch nichts auf Gesang weil davon noch nie ein Braten braun geworden ist der Königssohn aber rief in den Brunnen hinein goldene Jungfer im Brunnen Grund möchte küssen deinen Mund lass Flachs und Spindel sein sei meine Königin fein wird im Osten der Morgen grau bist du eines Königs Frau da geschah es dass Neck und Nix aus ihrem grünen Brunnenschilf hervorkamen und lachten dass ihre Froschaugen wie Hochzeitslampen funkelten und die verwunschene Königstochter wusste nicht wie ihr geschah als eine schöne Fee ihr das graue Kleid löste und ihr ein Gewand überwarf das aus den aller zartesten Sommerwolken gewebt war und dazu sprach geh hinauf Königskind aus den Tränen die dein Vater nicht trocknen wollte hat dein Fleiß Tau gesponnen und Feld und Wiesen blühen wieder wird im Osten der Morgen grau bist du eine Königs Frau und so geschah es die liebliche Brunnenmaid stellte die Spindel beiseite und stieg in ihrem sommerwolkenartigen Hochzeitskleider hinauf an den Brunnenrand der junge König umarmte sie und sie küssten sich bis die Sonne mit ihren lieben Händen morgens das Himmelstor aufschloss und zwei milchweiße Hochzeitsrosse dahergesprengt kamen um den König und die Königin in ihr Reich zu tragen die Jungfer Speckseid hatte zwar nicht den Duft der Königskerzen gespürt und auch nicht gehört was Mond und Spindel sangen und die Blumen die aus der Träne eines Königs um Mitternacht erblühen aber ihr Schlaf war nicht gut gewesen weil sich der Ärger über das Schreiberlein nicht vertragen hatte mit dem Spanferke den handfesten Klößen und den aufgeblasenen Pflaumen welche die Jungfer zum Nachtmahl verzehrt hatte darum erwachte sie schon in aller Frühe von dem lustigen Viren der milchweißen Hochzeits Rosser und legte sich zum Fenster hinaus weil sie dachte es käme endlich der feine Freiers Mann auf den sie schon so lange wartete als als sie nun aber sah dass die armselige Brunnenjungfer mit einem König zur Hochzeit fuhr und dass der König niemand anderes war als der Schreiber Magerklee erboste sie sich so dass die Tür ihres Herzens ein für allemal zuflog und ein handfester Kloß sich davor wälzte dass die Tür nie wieder aufgehen konnte da musste die Jungfer Speckseid elendig sterben an einem großen Kloß und einem gallengrünen Ärger der König und seine Königin aber jagten auf ihren weißen Rossen in ihr Land und wo die Stimme der Königin erklang probten die Vögel einen neuen Singsang und suchten sich Wolle zu einem warmen Nest wenn aber die Rosen oder Nelken oder Hyazinthen das liebliche Königinnengesicht sahen er glühten sie vor Freude Zücken da merkte der Königssohn dass er die Rechte gewonnen habe und führte sie zu seiner Mutter der alten Königin die nahm die schwere Krone mit den dicken roten und blauen und grünen Edelsteinen von ihrem müden Haupte und setzte sie der Frau ihres Sohnes auf die weiße junge Stirn und der Wein an den Mauern des Schlosses trieb Ranken um Ranken damit er sehen könne wie ein junger König und eine junge Königin glücklich sind Das war damals als der liebe Gott noch Abend für Abend zum Monde sagte Herr Gott Nachtwächter häng dein silbern Horn über und zieh die leisen weißen Filzschuhe an und klettere behutsam über die hunderttausend Berge in die Welt und siehe nach dem Rechten bei den Menschen Ja damals war es Der kleine Junge und sein Pferd von Georg Rusela Es war einmal ein ganz kleiner Junge Der hieß Friedel Der wohnte in einem Hause Das stand unten am Abhang eines Berges Nicht weit von einem dunklen Nadelwalder Es war aus Fichten Stämmen erbaut und mit Schindeln gedeckt und alle Ritzen waren so dicht mit Lehm verschmiert dass der Wind nicht hinein konnte mochte er's auch noch so pfiffig anfangen Dann lachte das Häusler in ihn aus und rauchte ganz vergnügt dazu aus einem Schornstein Der war einmal ein Ofenrohr gewesen Bei sich selbst aber dachte es Stell dich nur an was kümmert mich Darüber ärgerte sich der Wind und machte sich hinter dem Rauch her Aber das war ein leichter Geselle Der tanzte ihm keck auf der Nase herum In dem Hause war nur eine Stube und in der Stube ein einziges Fenster Aber die Sonne hatte es lieb und schien immer hinein wenn der Tag am schönsten war Dann war der kleine Knabe allein Denn sein Vater war schon tot und die Mutter wusch bei fremden Leuten Für das Geld das sie dafür bekam kaufte sie jeden Tag ihrem Büblein ein Stück Brot und ein wenig Butter und alle Jahre eine neue Hose oder ein Wams Aber so viel dass sie Friedel in eine Schule schicken konnte verdiente sie nicht Doch das tat ihm durchaus nicht leid und dass sie so arm waren das wusste er eigentlich gar nicht Im Sommer hütete er draußen seine Ziege Die hieß Meckerbart Ihr Futter suchte sie sich da wo es am steilsten war und lief immer weg Aber Friedel wusste dass sie zuletzt von selber wieder kam Darum setzte er sich derweil ruhig an den Bach der im Zickzack vom Berge heruntersprang durch das dichte Gedränge schlanker Tannen hindurch Die hätten ihn gar zu gerne gefangen Aber dazu waren sie doch nicht flink genug Nun wollte das Wässerlein geradewegs hinunter in eine große Stadt Die lagerte sich nicht weit davon im Tale und es hüpfte dem kleinen jungen keck über die nackten Füße hinweg und sagte Steh auf kleiner Friedel lauf mit lauf mit sollst dem Korn und Sägemüller sein großes Wasserrad drehen helfen So dumm bin ich nicht sagte Friedel Der gibt mir auch nicht einen Groschen dafür Aber du könntest mir schnell noch ein paar Schaufeln voll Lehm losspülen Ja Und aus dem Lehm knetete Friedel allerlei kuriose Sachen Meckerbart die Ziege und Hans den Müllerknecht der ihn immer auf seinen Esel reiten ließ oder den Esel selbst Aber wenn er knetete dann dachte er an nichts anderes Er sah nichts und hörte nichts Nicht einmal die Schwarz Amsel die ihr süßes Lied flötete So war es im Sommer Kam der Winter Dann saß Friedel in der Stube auf einem Stuhl den er sich selbst gezimmert und im Ofen knisterte Tannenholz Das hatte er sich selber suchen müssen Zu seinen Füßen lag Miez die Katze Die war schon alt und so faul das sie kaum noch spinnen mochte und wenn die Wolken es nur haben wollten dann guckte auch die Sonne durchs Fenster und wunderte sich über den Jungen der aus Bergahorn die schönsten Sachen schnitzte dazu gebrauchte er ein Messer das hatte schon seinem Vater gehört und war so scharf dass er auch Haar und Bart damit hätte schneiden können Nun war gerade der Tag vor Weihnachten da arbeitete er an einem wunderschönen Pferde das hob ein Vorderbein empor und warf ordentlich seinen Kopf zurück Man hätte glauben können es müsste im nächsten Augenblick wieren Mit drei Füßen stand es auf einem glatten Brett daran waren Räder und so konnte es auch laufen Einen Sattel hatte das Ross nun zwar nicht wohl aber einen Zaum Das war ein schmaler brauner Lederriemen Den hatte der Müller Bursch vor drei Tagen dem kleinen Jungen geschenkt Als die Sonne unterging war Friede mit aller Arbeit fertig und seine Augen leuchteten vor Freude Nun will ich ausreiten alte Miez sagte er Willst du mit Nein sagte die Katze Es ist mir zu kalt draußen und heute Abend wird es noch schneien Dann kann ich gar nicht wieder nach Hause finden wenn du vom Ross gefallen bist Meinst du wirklich dass ich herunter falle Sicher brummte die Katze Du hast ja gar keine Krallen womit willst du dich denn festhalten Da kam die Mutter von der Arbeit heim und sagte Legs Messer weg Friede Heilig Abend ist gleich Da darf man nicht schnitzen und drehen Sonst kommt der Hackelberg und nimmt dich mit Nein Mutter wenn's dunkel wird da machen zwei Englein ganz leise die Himmelstür auf Die ist da wo die Sonne unter gegangen ist und das Christleinkind reitet hinab zur Erde auf einem silberweißen Pferd und besucht die artigen Kinder Ja sagte die Frau und wandte sich ab und zündete einen Kienspan an Dann öffnete sie den Schrank und stellte Brot und Butter auf den Tisch Da sagte Friedel ganz nachdenklich Mutter warum kommt es denn nicht zu uns ich bin doch auch immer artig gewesen Aber die Mutter senkte ihre Augen und flüsterte Weil wir zu arm sind Christkind kommt nur zu Leuten die Geld haben und wir haben keins Das ist aber schade meinte der kleine Junge und als die Mutter das hörte fing sie an bitterlich zu weinen da lief Friedel zu ihr steckte den Kopf in ihren Schoß und sagte weine nicht Mutter ich habe ein großes Pferd das heißt huppdiwupp das will ich verkaufen dafür kriege Geld Geld und dann wird auch das Christkind kommen als er das gesagt hatte nahm er sein Pferd und ging damit aus der Stube und die Mutter weinte leise weiter und hatte nicht acht auf ihn weil sie aber ganz müde war sanken ihr sacht die Augen zu und sie verfiel in einen tiefen Schlaf Der kleine Junge machte nun leise die Haustür auf stellte sein Pferd hinaus setzte sich darauf und rief das verstand das Pferd aber gar nicht denn es war noch zu jung auch hatte es einen harten Kopf und mochte nicht laufen hätte ich nur eine Peitsche sagte Friedel weil er aber keine hatte stieg er ab und zog sein Ross am Zaum hinter sich her und so musste es ihm wohl folgen es mochte wollen oder nicht wo die Sonne unter gegangen war stieg langsam ein dunkles Wolkengebirge herauf aber der größte Teil des Himmels war noch frei da wandelte der liebe Mond der leuchtete hell aber er war lange nicht mehr ganz er hatte von seinem Licht den jungen Sternen abgegeben an denen er vorüber zog dafür mussten sie ihm erlauben dass er sich zuweilen ein wenig an ihnen festhielt denn es ist keine Kleinigkeit dort oben dahin zu schreiten viel höher als der höchste Kirchturm ist und keinen sch zu bekommen in allen lüften herrschte feierliches schweigen die dunklen tannen standen ganz regungslos sie hielten den atem an als warteten sie darauf dass ein könig vorüber ziehen sollte aber die Erde zitterte leise sie froh und hätte gern eine weiche weiße decke gehabt um sich darin einzuwickeln und ruhig zu schlafen den kleinen jungen fror auch aber nur eine kleine weile bald wurde er vom gehen warm und dann schlug ihm auch das herz vor begier sein liebes pferd zu verkaufen als er nun so dahin trottete begegnete ihm zuerst ein Fuchs wohin Friedesweges Friede mein Pferd verkaufen willst du es haben ich höre du bist ein reicher Mann und isst Gänsebraten jeden Tag da kannst du doch nicht immer zu Fuß gehen freilich nicht sagte der Fuchs aber ich sehe was du dort in der Hand hast das ist ein Schimmel ich pflege nur mit braun roten zu fahren die passen besser zu meinem neuen Pelz ach so dann entschuldige sagte Friedel und ging weiter da kam er an einem Raben vorbei der trug einen dicken schwarzen Mantel und rief mit tiefer Stimme Trab Trab Ja antwortete Friedel es will nur nicht und ich habe leider keine Peitsche aber sag mal lieber Onkel Quarkschnabel willst du mir nicht mein Pferd abkaufen fällt mir nicht ein krächzte der Rabe ganz beleidigt ich habe Flügel und kann fliegen das ist etwas anderes sagte Friedel das habe ich nicht gewusst eine Strecke weiter kam ihm ein Spatz entgegen und er fragte wieder Meister Graukopf du hast ja viel auf den Straßen zu tun willst du mir nicht mein Pferd abkaufen Ja wenn es Sommer wäre sagte der Spatz da könnte ich noch wohl eins gebrauchen jetzt im Winter habe ich Last mein eigenes Zweigespann durchzufüttern aber weißt du was wir gehen hinunter in die Stadt da kann man alle Tage solch einen Gaul loswerden siehst du wie sie da herauf leuchtet mit ihren tausend Lichtern komm nur her ich will dich begleiten ich habe doch sowieso noch ein paar Höfe zu besuchen die unter meiner Aufsicht stehen da war Friedel von Herzen froh denn wo hätte er sonst einen Begleiter finden können der es so verstand sich in die Welt zu schicken und mit allen Leuten fertig zu werden die Straße senkte sich rasch der Spatze und Friedel schritten leichter hin und das Pferd war ihnen dicht auf den Fersen Nouvelle sagte Friedel und Meister Graukopf meinte ganz gelassen ja man muss viel Nachsicht haben mit solch unvernünftigen Vieh sie kamen an der Wassermühle vorbei das große Rad machte Feierabend und stand still und deshalb hatte auch der Bach nichts zu tun und rief Friedel zu geh nach Haus geh nach Haus kalt ist es hier draus Blumen sind zu Bett gegangen Frosch der schläft im Schlamme tief Fledermäuse im Winkel hangen Kuckuck sang nicht als ich ihn rief hinter den Bergen wartet der Wind nach Haus geh nach Haus liebes Kind hörst du was der dir weismachen will fragte der Spatz auf den musst du nichts geben der ist einer der immer weiter herunter kommt wer höher hinauf will in der Welt der muss sich den Wind um die Nase wehen lassen der kleine Junge nahm sich vor diese guten Lehren zu behalten als er aber die hell erleuchteten Fenster des Müllerhauses sah dachte er doch nun sitzen sie drinnen beim warmen Ofen und feiern Weihnachten es es dauerte nicht mehr lange so waren sie in der Stadt da standen hohe Häuser die rückten einander manchmal so nah dass die Straße kaum hindurch konnte und dem kleinen Jungen wurde ordentlich bang zumute ein paar Mal hatte ihn die Mutter wohl schon mitgenommen aber das war am hellen Tage gewesen allein hinzulaufen hatte er niemals Lust gehabt er war lieber dort wo die Bäume rauschten und die Vögel sangen nun waren alle Fenster hell und hinter blanken Scheiben standen die schönsten Sachen auf den Fußsteigen gingen viele Leute die schienen es sehr eilig zu haben und alle trugen Pakete und Bündel unterm Arm zum Glück fuhren keine Wagen mehr und deshalb erwählte sich Friedel die Pferdestraße aber auch da blieb er nicht unangefochten zuerst segelte eine dicke Frau quer über den Weg sie trug an jeder Seite eine große Schachtel pustete wie eine alte Dampfmaschine und gab ihm einen solchen Stoß dass er zu Boden fiel und sein Ross dazu aber er stand sogleich wieder auf und half auch huppdiwupp auf die Beine aus sowas muss man sich nichts machen sprach der Spatz das passiert unsere einem alle Tage aber dort hinten kommen einige das sind gefährliche Gesellen wir wollen sehen dass wir uns ganz sachte an ihnen vorüber drücken doch das wollte ihnen nicht gelingen drei Straßenjungen kamen daher und die sehen mit einem Auge mehr als zehn andere Menschen mit zweien die beiden ersten fassten Friedel an der Jacke und der dritte pflanzte sich ganz frech vor ihm auf und sagte du du Holzschuh Fritze du willst wohl mit deinem Ross zum Huf Schmied das kannst du hier billiger haben wir wollen dir umsonst beschlagen helfen das ist nicht nötig meinte Friedel ich will es doch verkaufen da lachten die drei aus vollem Halser aber dann nahm der Freche wieder das Wort du höre verkaufen darfst du dein Pferd nicht das wollen wir nicht haben schenk es mir dann will ich nicht sagen dass du es gestohlen hast und damit flankte er nach dem Zaum und wollte dem armen Jungen wissen was er besaß da wisperte der Spatz zieh deinen Holzschuh aus und gib ihm eins an den Kopf da dachte Friedel das sei ein kluger Rat und er tat also es begann eine große Schlacht und wenn die anderen auch zu drein waren so ermangelten sie doch solcher Waffen und kriegten manchen Hieb vielleicht wäre es zuletzt dem kleinen doch schlecht ergangen aber da schoss wie Blitz und Donnerwetter ein Mann dazwischen der hatte einen blanken Helm auf dem Kopf und einen Säbel an der Seite dazu trug er unter der Nase einen spannenlangen Schnauzbart der zitterte immer als hätte er Angst vor den grimmigen Worten die an ihm vorüber flogen er schallt er auseinander ihr Buben Frieden gehalten oder ich streue euch Pfeffer und Salz auf den Rücken wer hat angefangen er schrien die drei aus einem Munde nein sie piepte der Spatz aber niemand hörte auf ihn sie sehen Herr Wachtmeister er hat den Holzschuh noch in der Hand sagte der Frecher damit hat er auf uns los geschlagen stell donnerte der Mann wir werden schon Klarheit schaffen du zieh deinen Holzschuh an und sage mir was du hier mit dem Pferd auf der Straße wählst das Pferd hat er gestohlen sagte der Frecher nein rief Friedel ganz kühn und frei das Pferd gehört mir das habe ich mir selber gemacht das konnte der Mann aber nicht gut glauben und meinte das ist mir sehr verdächtig folge mir nach da werden wir bald Gewissheit haben so musste Friedel ihm folgen und die bösen Buben frohlockten so das hast du davon nun wirst du eingesponnen sie machten ein Freuden geheul und wollten hinterher ziehen aber der mit dem Helm zeigte auf seinen Säbel und da treuten sie sich doch lieber von dannen nun ging der Mann mit starken Schritten voran und Friedel der Spatz und und ließen ließen Mann des Gesetzes gerade ausgehen und der merkte nichts er hörte immer nur auf seine eigenen Schritte so muss man mit solchen Leuten umspringen sagte der Spatz du musst dich nie an ihre Vorschriften kehren wenn du ein tüchtiger Kerl werden willst aber warte einmal hier sind wir gleich am richtigen Ort hier in diesem alten Hause wohnt ein Kaufmann der handelt mit Katzen und mit Hunden mit Eseln und mit Pferden siehst du wohl sein ganzes Fenster steht voll davon da gehe hinein und probiere dein Glück da machte der kleine Junge die Tür auf ging in den Laden und fragte den Kaufmann hier ist mein Pferd huppdi wupp das möchte ich gern verkaufen willst du mir abnehmen warum nicht sagte der Kaufmann was soll es denn kosten 1000 Thaler das ist mir aber zu teuer sagte der Kaufmann und machte ein ganz bedenkliches Gesicht siehst du meine Pferde sind viel schöner als deins und doch noch billiger als 1000 Thaler ja sagte Friede das glaube ich wohl deine Pferde sind auch tot und meins ist lebendig das muss ich wissen ich habe es selber gemacht aber sag mal was willst du mir denn geben einen halben Pfennig das ist mir doch gar zu wenig sagte der kleine junge und ging rasch aus der Tür und huppdiwupp machte ordentlich einen Sprung über die Schwelle so empört war es auch der kleine Graukopf ärgerte sich als er das hörte und piepte ganz vernehmlich so ein gemeiner Kerl es ist schade dass ich nicht mit drinnen war dem hätte ich meine meinung gesagt aber warte einmal bemerkst du den drolligen herrn der dort heranwippt schau nur seine Spinnenbeine knicken immer ein wenig ein sein Leib ist so dürr dass er gar keinen Schatten wirft und sein Gesicht sieht aus als wärs mit Kupfergeld gepflastert den frage das ist sicher ein Reitersmann ich sage dir den besten Pferdehandel macht man immer auf der Straße da wartete Friedel bis der Herr herankam und dann sagte er ganz bescheiden lieber Herr willst du mir nicht mein Rösslein abkaufen meine Mutter und ich haben gar kein Geld aber der Herr sagte bloß Bettelpack und vorüber war er und da standen nun alle drei Friedel sein Pferd und der Spatz und wussten erst gar nicht was sie davon halten sollten weine nur nicht sagte der Sperling der sich am schnellsten gefasst hatte so sind die Menschen ich kenne sie von meinem Getreidehandel her ich weine auch gar nicht sagte Friedel ganz tapfer aber dabei war ihm so weh ums Herz wie einem Ross das im Rennen gesiegt hat und vergeblich darauf wartet dass ihm sein Reiter den Hals tätscheln soll ich mag gar nicht mehr in der Stadt bleiben und mit den Leuten hier will ich fürder nichts zu tun haben ich 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 ganz gut was ich anfangen muss sag einmal Meister Graukopf hast du heute Abend das Christkind schon gesehen das will ich meinen das sehe ich jedes Jahr und aus seinem Sack fällt allerlei heraus was man ruhig aufpicken darf heute ist es beim Ostertor hineingeritten und kommt am Westerende wieder heraus wenn du es sprechen willst müssen wir uns sputen dass wir die Bank am Springbrunnen da draußen erreichen da kommt es gleich vorbei und nun gingen die drei zusammen aus der Stadt hinaus da war kein Mensch mehr zu sehen und Friedels Holzschuhe machten klapp klapp auf der hart gefrorenen Landstraße und weil den kleinen Jungen fror zog er seine Pudelmütze über die Ohren und steckte die Hände in die Hosentaschen er sagte Meister Graukopf soll ich dir auch mein Schnupftuch leihen daraus kannst du dir Strümpfe machen für deine nackten Beine aber der andere lacht da das lass nur das macht mir gar nichts aus auch im Winter bekommt mir das barfuß laufen ausgezeichnet doch nun schau dich um hier sind wir am Ort setz dich nur auf die Bank und ruh dich aus aber gib acht dass du nicht einschläfst der weil will ich aufpassen und dir sagen wenn das Christkind kommt da saß nun der kleine Knabe und der Himmel war dunkler und dunkler die Sterne löschten alle ihre Lichter aus und auch der Mond verschwand da deuchte es Friedel als ob die Welt immer stiller und er selber immer müder würde und zuletzt kam es aus der Luft herab geflogen leise ganz leise als wären es hunderttausend Schmetterlinge die setzten sich auf die kahlen Zweige der Bäume und als sie dort keinen Platz mehr hatten flatterten sie hinab auf Straße und Rasen und bedeckten die ganze Erde nun haben sie ein weißes Tuch gewebt sagte der Sperling das ist eigentlich schade aber was will man machen Christkind hat zuletzt Ross und Strumpf und Schuh verschenkt und darf doch nicht auf bloßer Erde gehen siehst du da kommt es schon du lieber Gott da war Friedel wirklich eingeschlafen aber er musste seine Augen doch wieder öffnen können er sah ein schimmerndes Licht das kam näher und näher da stand Friedel auf und das Gehen ward ihm leicht so wunderbar leicht und und strebte immer dichter dem lichte entgegen zuletzt war's ein mildes engelskind mit langen locken und blauem gewand das hatte nichts in den Händen und ging mit bloßen füßen und schritt so leicht dahin dass im Schnee auch nicht eine Spur davon zurück blieb und all das Licht das Friedel gesehen hatte kam aus seinen beiden Augen und um seinen Mund spielte ein Lächeln als hätte Mutter Maria soeben erst seine Lippen geküsst bist du es Christkind fragte Friedel ja antwortete es und sah ihn ganz lange an dass es ihn warm durchrieselte bis in Zehen und Fingerspitzen hinein da fasste sich der kleine Junge ein Herz und bat recht innig liebes Christkind die Menschen wollen nichts von mir wissen und keiner sieht meine Not kauf du mir doch mein Rösslein hubdiwupp ab das habe ich selbst geschnitzt du wirst doch nicht zu Fuß wieder in den willst ach sagte das Christkind ich habe gar kein Geld da erstaunte Friede kein Geld und bringst den Kindern so viele schöne Sachen jedes Jahr bist du beim reichen Müller gewesen freilich wo wir armen Leute wohnen das hast du nie gewusst ja kleiner Junge sagte das Christkind und lächelte dabei ganz eigen wie das kommt kann ich dir nicht sagen und dann bist du auch gar nicht arm die Mutter sagt es aber gib mir deine Hand mit dieser Hand hast du das schöne Pferd geschnitzt ja es ist eine Gabe in deiner Hand sagte das Christkind die kann ein reicher Mann nicht kaufen für einen ganzen Sack voll Geld und es streichelte ihm seine Hand und segnete ihn aber Friedel war gar nicht zufrieden und klagte hast du denn keine Nuss mehr in deiner Tasche oder wenigstens eine Feige oder einen Kuchen da sagte das Christkind traurig ich habe wirklich nicht an dich gedacht und alles ausgegeben aber wenn du mir den Rösslein huppdiwupplein willst dann sollst du einen solch schönen Tannenbaum sehen wie kein Kind auf Erden ihn heut bekommen hat das war Friedel recht und Christkind setzte sich auf das Pferd und nahm den kleinen Jungen in den Arm und vorn zwischen die Ohren des Pferdes durfte sich Meister Graukopf setzen weil er Friedel nicht verlassen hatte und nun war es ein Wunder zu sehen wie das Ross größer und größer ward und es war als ob ihm Flügel wüchsen und es hob sich sacht empor und ließ die Erde hinter sich es schneite nicht mehr der Himmel war wieder klar geworden und die Sterne leuchteten sieghaft wie Diamanten im dunklen Haar einer Königin und als ob sie nun schwebten und immer höher stiegen da hob sich das Herz des armen Jungen mit es ward ihm weit vor Freude doch es war merkwürdig dass er es gar nicht mehr schlagen fühlte und seine Glieder waren so leicht dass er bis an die Sterne hätte hüpfen können aber er spürte es auch gar nicht als er mit seinem Fuß an den Hals des Rosses stieß doch daran dachte er nicht weiter er war selig denn sein eigenes Werk trug ihn empor zu funkelnden Höhen tief unten sah er Wiesen und Wälder die leuchteten weiß herauf da weitete sich das Gebirge und die Felsen reckten sich aus wie Riesen und konnten doch nicht zu ihnen empor aus der Ferne tönten ganz leise die Glocken so leise als wären ihre Klöppel mit Samt umwickelt die läuteten zum heiligen fest und immer höher flogen sie und die Erde ward immer kleiner so klein wie das Rad der Wassermühle und noch kleiner Zuletzt kamen sie am Monde vorbei der putzte soeben seine Laterne die war ihm beinahe ausgegangen und er nickte Friedel ganz freundlich zu brav wirst bald selber fliegen können und dann kamen sie in den Himmel der war so prächtig dass man es nicht beschreiben kann da erhob sich ein Palast so groß wie keiner auf Erden steht der war aus durchsichtigem blauem Kristall erbaut und in diesem Palast war ein schöner Saal dessen Wände bestanden aus weißem Marmelstein und in dem Saale war ein Tisch der leuchtete als wäre er ein einziger Diamant aber darauf erhob sich ein grüner Tannenbaum Daran hingen als Lichter tausend Sterne 500 die brannten mit ruhigem Schein und andere 500 die glitzerten und flammten als wären sie die Kinder der Sonne Ist das nicht herrlich Meister Spatz fragte der kleine Junge der aber antwortete naja aber ein voller Kirschbaum wo die Früchte dunkel rot aus dem grünen Laube glänzen Ich weiß nicht ob mir der nicht doch noch lieber wäre Dann führte das Christkind sie zu Tisch denn unter dem Tannenbaum saß in einem ganz einfachen hölzernen lehnstuhl der liebe Gott der war steinalt aber er schaute so gütig drein wie ein Vater seine Kinder anschaut und auf dem linken Knie schaukelte er ein Engelchen das sang mit süßer trauriger Stimme Schlaf nicht Kindlein Arm und Klein Willst du nach der Scheibe zielen Willst du mit mir Murmel spielen Oder hast du Flügelein Bäschen schenkt dir eine Puppe Mutter kocht dir Hühnersuppe Aber ach sie ist allein Schnee ist deine Lagerstädt Stehst nicht auf vom kalten Bett Wirst du bald im Dunkeln sein Friede wusste nicht was das bedeuten sollte und sein Herz war auch bei ganz anderen Gedanken Ach lieber Gott sagte er ganz bescheiden Nun ich doch einmal hier oben bin möchte ich gar zu gern meinen Vater wieder sehen Ja sagte das Christkind Ich glaube der ist gar nicht hier der ist an einen anderen Ort gekommen weil er deine Mutter gescholten und geschlagen hat Oh sagte Friede das macht nichts mich hat die Mutter auch schon geschlagen aber darum habe ich sie doch lieb Das ist etwas ganz anderes meinte das Christkind und der liebe Gott lächelte ein klein wenig Dem kleinen Jungen waren die Tränen nah aber er fasste sich doch ein Herz und sagte Sie lieber Gott ich habe ein schönes Pferd mit gebracht das heißt huppdiwupp es steht draußen vor dem Tor denn hier drinnen ist es ihm zu glatt weil es noch keine Hufeisen hat es ist aber kein gewöhnliches Ross denn es hat uns alle hergetragen in den Himmel die Menschen wollen mir mein Pferd nicht abkaufen die wissen nicht was es wert ist Christkind hat kein Geld so nimm du es mir ab und tu mir dafür um was ich dich bat und als Friedel geendet hatte da setzte der liebe Gott das Engelchen auf den Fußboden das es weg trippeln sollte dann streckte er seine rechte Hand aus und zog den kleinen Jungen an sich und da wusste Friedel dass seine Bitte in Erfüllung ging Um zehn Uhr klopfte ein starker Bursch an das Fenster bei Friedels Mutter Wasch Margrit auf mach auf ich bin Müller Hans ich habe euren Jungen unten beim Springbrunnen gefunden beinahe zu Eis ist er gefroren war die Mutter erschrocken aber sie rieben das Büblein mit Schnee und da war es nach und nach wieder warm und die Mutter hielt es die ganze Nacht auf dem Schoße und sagte immer mein armer Junge aber Friedel leilte ganz schlaftrunken ich bin gar nicht arm ich kann das Christkind bilden aus weißem Stein und das wird leuchten wie die Sonne die arme Frau wusste nicht was sie dazu sagen sollte aber sie umschlang ihr Kind mit beiden Armen um es zu wärmen denn draußen war der Wind aufgewacht und rüttelte an dem Dache endlich schliefen beide ein Mutter und Sohn und zur rechten stand die Not und zur linken die Sorge die warten bei ihnen das sind die Engel der armen Leute und wen sie empor heben wollen den machen sie stark und fest auf dass er ein Held und Sieger werde im Kampfe mit der ganzen Welt Die Wunderbrille von Ludwig Börner In einer Stadt im Morgenland lebte einst eine alte Frau die hieß Marianna die Leute aber nannten sie die Brillenmutter weil sie eine große Brille trug mit zwei dicken runden Gläsern in einer derben Horneinfassung Die Alte wohnte nicht da wo die großen prächtigen Häuser standen sondern weit draußen in dem Viertel der armen Leute dort war ihr Häuschen eines der unscheinbarsten und kleinsten es war für die Alte und ihre schöne Enkelin Fatmena die bei der Großmutter wohnte gerade groß genug Ihr müsst nun aber nicht glauben dass Marianna weil sie so arm war unzufrieden oder missmutig gewesen wäre Im Gegenteil Einen zufriedeneren Menschen konnte man nicht leicht finden Und wunderbar war dass sie alles was sie hatte immer schön und gut fand Sie trug dasselbe alte abgetragene Wollkleid im Winter wie im Sommer Wenn aber die Leute sie deshalb neckten oder bedauerten lachte sie die alte Frau aus und sagte Was wollt ihr denn mein Kleid ist doch schön und fein Ich würde es nicht mit dem Pracht Gewand einer Königin vertauschen Trank sie morgens ihre dünne Mehlsuppe so glaubte sie es sei Schokolade und wenn sie mittags bei ihren Kartoffeln saß etwas anderes konnte sie sich nur selten kochen und es wollte ihr jemand noch ein Stück Fleisch dazu schenken so wehrte sie ab und meinte sie habe doch solch köstliches Brathuhn etwas besseres habe doch selbst der Sultan nicht auf seinem Tisch im Winter hatte die alte so manches Mal kein Geld um sich Brennholz zu kaufen und ihren Ofen zu heizen und es war bitter kalt in ihrem Stübchen aber sie froh nicht denn wenn sie die Ofentür aufmachte sah sie darin ein lustiges Feuerchen flackern und sie fühlte sich warm und behaglich dass die alte alle Dinge mit solch zufriedenen Blick ansah das machte ihre Brille durch die sah sie sich alles schön und gut an die ganze Welt schien durch die Brille gesehen ein wahres Paradies Die Leute wussten nicht dass die Brille diese Zauberkraft hatte dachten wenn sie die Marianna so reden hörten sie habe nicht ihren richtigen Verstand und lachten sie aus andere wieder wollten die Marianna überzeugen dass sie Unrecht habe dass ihr Kleid alt ihr Ofen kalt und ihr Essen schlecht sei und ärgerten sich und zankten mit der alten Frau die sich gar nicht belehren ließ wieder andere wollten der Marianna durch Almosen und Geschenke helfen und fühlten sich gekränkt wenn sie die milden Gaben zurück wies und meinte ich brauche nichts ich bin so reich wie der Sultan ihr guten Leute behaltet eure Sachen nur ihr habt ihr alles viel nötiger als ich so hatte es oft ohne Mariannas schuld zank und verdruß gegeben und schließlich war es dahin gekommen dass die alte mit fatmene abseits von den menschen ganz für sich lebte und kaum mit anderen zusammen kam nur einen Gast hatten sie bei sich der sie nie verließ das war die Zufriedenheit heute aber waren sie doch unter die Menschen gegangen denn heute war ein Festtag ohne gleichen für die Stadt der junge Sultan Abdallah zog nämlich in seine Residenz ein vor einigen Monaten war sein Vater hochbetagt und von allem Volk betrauert gestorben und sein Sohn war ihm auf den Thron gefolgt zunächst hatte der junge Fürst eine Fahrt nach dem Grabe des Propheten gemacht und dort hundertmal hundert Gebete verrichtet Gott möge ihm eine glückliche Regierung und seinen Untertanen Segen und Wohlergehen schenken Dann war er nach seiner Hauptstadt zurückgekehrt und heute sollte der Einzug sein Darum war alles Volk in Bewegung Alle Fenster Balkone und Dächer waren dicht besetzt Wer da keinen Platz gefunden hatte der stand auf der breiten Hauptstraße durch die der Herrscher nach seinem Palast reiten sollte Dicht gedrängt stand die Menge zu beiden Seiten der Straße Unter den Leuten in der vordersten Reihe war auch Marianna mit ihrer schönen Enkelin und freute sich den Sultan bald sehen zu können denn sie war eine treue Seele und liebte den jungen Herrscher von dem man sich schon viel Schönes und Gutes zu erzählen wusste Alles um sie herum war festlich gekleidet nur die arme Marianna die kein fest gewand hatte war in ihrem Alltagskleid gekommen drum ärgerten sich viele Leute und meinten die alte solle weg gehen die passe nicht hierhin sie solle wenigstens zurück treten dass der Sultan sie nicht sehe doch damit kamen sie bei der Marianna schlecht an die antwortete der Sultan wird sich freuen wenn er mich sieht denn ich habe doch das allerschönste kleid der Sultan selbst trägt gewiss kein besseres das ging den Leuten aber doch zu weit was schrien sie was bildet sich die alten herren ein der Sultan soll kein schöneres kleid haben als sie die alte lumpen lise so entstand ein lautes streiten und zanken und es wäre der alten wohl schlecht ergangen doch da kam der Sultan angeritten und bei seinem Anblick war alles andere schnell vergessen man rief begeistert es lebe der Sultan und es war des Tücherwehns und Fahnenschwenkens der Blumengrüße und Freudenrufe kein Ende wie kam aber auch der junge Fürst daher schön und edel gebildet prächtig gekleidet dankte er von seinem weißen Zelt herab hultvoll und freudig nach allen Seiten für den festlichen Empfang bis er in den Toren seines Palastes verschwunden war doch das Volk hatte sich an seinem Anblick noch nicht satt gesehen Toren immer immer wieder lief es in den nächsten Tagen in hellen Scharen zusammen sobald der Herrscher sich zeigte auch Marianna befand sich immer unter der Menge obwohl die Leute sie immer wieder wegweisen wollten und ihr sagten in ihrem alten Kleid dürfe sie sich dem Sultan nicht zeigen und da der Streit gar nicht aufhörte ja sogar immer heftiger wurde so fiel die alte Frau auf die alle Welt so böse zu sein schien schließlich auch dem Sultan auf und er ließ seinen Groß Visier nach dem Grund des Streites fragen nachdem Abdallah darüber berichtet war befahl er man solle die alte Marianna in Ruhe lassen auch Ruhe vor den Leuten und konnte nach Herzenslust und ungestört den Sultan bewundern Fadmene blieb meistens zu Haus denn sie war ein gar fleißiges braves Kind und wollte von ihrer Arbeit nichts versäumen ich bin noch so jung pflegte sie zu sagen ich kann noch so viel schönes sehen jetzt will ich einmal arbeiten und die Großmutter spazieren gehen lassen die sich schon so viel hat plagen müssen nach ihrer Rückkehr am Abend erzählte dann die alte dem jungen Mädchen was sie alles gesehen und erlebt hatte wie der Sultan ausgesehen und was für ein Gewand er getragen habe ja sagte Marianna das ist merkwürdig jeden Tag denkt man ein herrlicheres Kleid als der Sultan heute trägt kann es doch gar nicht geben aber am nächsten Tag hat er wieder ein noch schöneres und prächtigeres an und doch die alte stockte und schien in trübes Nachdenken zu versinken ganz verwundert schaute Fatmene die Großmutter an und fragte was denn was meinst du denn Großmutterchen und doch fuhr Marianna nach kurzen Bedenken fort und doch ist der Sultan nicht mehr so herrlich wie er war es kommt mir so vor als sei er nicht mehr so freudig wie an den ersten Tagen und wie die helle freude ihm aus den Augen geleuchtet hat das war doch das allerschönste an ihm da musst du dich geirrt haben Großmutterchen aber Kind du weißt doch meine Brille täuscht nie was ich durch die sehe damit hat seine Richtigkeit das musste ja Fadmene zugeben und sie widersprach deshalb nicht länger doch den ganzen Abend dachten beide an den jungen Fürsten und Sannen was wohl der Grund seines Kummers sein könne wie erschrak aber Fadmene als am nächsten Morgen in aller Frühe ein Diener des Sultans erschien und die Marianna im Namen seines Herrn aufforderte mit ihm in den Palast zu kommen nach Allah jammerte sie der Sultan wird doch nicht böse sein und meine Großmutter köpfen lassen Marianna beruhigte das Kind wie sie nur irgend konnte und ging guten Mutes mit im Palast sah sie dann all die Herrlichkeiten die sonst dem Volk verschlossen sind hohe weite Säle aus Marmor und Ebenholz mit Gold Perlen und Edelsteinen besetzt und mit den schönsten Gemälden und kostbarsten Teppichen geschmückt überall verbreiteten Springbrunnen kühle und Wohlgerüche in dem prächtigsten Saal saß auf goldenem Sessel der Sultan als die alte Frau eintrat ließ er alle seine Minister und Offiziere hinausgehen und die Marianna neben seinem Lehnstuhl Platz nehmen es schien ihm schwer zu werden etwas zu sagen Einige Male wollte er anfangen zu reden er hielt aber immer wieder inner doch schließlich sagte er Marianna kannst du dir denken warum ich dich habe holen lassen nein ich bin eine alte einfältige frau 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 wüsste nicht was mein herr und sultan von mir wollen könnte man hat mir gesagt fuhr abdallah fort dass du immer zufrieden bist dass du alles in deinem leben schön und gut und wohl eingerichtet findest das ist wahr antwortete Marianna ich bin ganz zufrieden aber wäre es nicht die größte sünde wenn ich es nicht wäre du bist doch aber ganz arm Marianna hast keinen palast und keine kostbaren möbel und schönen gärten keine diener keine edlen pferde kein gutes essen und das ist nicht wahr fiel ihm Marianna ins wort gutes essen habe ich auch vielleicht besseres als du heute morgen habe ich eine Schokolade getrunken etwas so gutes hast du wahrscheinlich noch nie gehabt darüber brauchst du gar nicht zu lachen fuhr sie etwas ärgerlich fort da der sultan lächelte und wenn ich auch keinen palast und schöne gärten und das alles nicht habe was du hast arm bin ich deshalb doch nicht mein Haus ist auch schön darauf fing sie an dem sultan zu erzählen wie hübsch es bei ihr sei und wenn behaglich besser sagte sie zum schluss kann es überhaupt kein mensch haben außer dir hoher herr ja siehst du marianna ich habe doch nun alles schöne was es auf der welt geben kann wenn ich morgens erwache reicht mir ein diener köstlichen mocker eine sklavin singt zur laute leise lieder ein anderer fächelt mir kühlung zu dann kommen Dichter mir ihre verse vorzulesen künstler drängen sich heran mir ihre neuen werke zu zeigen und die weisesten und klügsten männer wetteifern mich durch tiefsinnige gespräche zu unterhalten ehe ich einen wunsch ausgesprochen ja ehe ich ihn noch geahnt habe ist er schon erfüllt und doch bin ich nicht glücklich und zufrieden was ich höre und sehe scheint mir fad und langweilig nichts macht und die tage werden mir so lang dass ich schon am morgen wünsche wenn es doch erst abend und zeit zum schlafen gehen wäre der sultan hielt inne als ob er auf ein wort der alten frau wartete aber dieser nachdenklich vor sich hin und sagte nichts deshalb marianna fuhr darum der sultan fort habe ich dich rufen lassen mein groß visier hat mir erzählt du seiest immer froh nun sollst du mir sagen wie das kommt wenn du mir das geheimnis verrätst wie du das anstellst will ich dich königlich belohnen marianna nahm ihre brille ab und sagte versuch es einmal mit dieser brille her dann wird es vielleicht besser aber du musst sie jeden morgen und jeden abend eine halbe stunde lang selber putzen sonst wird sie trübe morgen lass dich in aller frühe am besten bei sonnenaufgang wecken und dann mache die erste probe bei diesen worten gab die alte frau dem sultan ihre brille und ging weg von dank und belohnung wollte sie nichts wissen abdallah war voller begier die brille zu erproben und er konnte es deshalb kaum abwarten bis der abend kam dann legte er sich zeitig schlafen und befahl seinen dienern ihn am nächsten morgen bei sonnenaufgang zu wecken das geschah denn auch und als die schar der diener in das schlaf gemacht trat um nach des sultans befehlen zu fragen da wären die leute vor erstaunen fast auf den rücken gefallen denn es war etwas ganz unerhörtes noch nicht dagewesen geschehen der sultan war ganz allein und ohne hilfe aus dem bett gesprungen und jetzt hieß er alle diener hinaus gehen denn er wolle sich allein ankleiden kaum waren die leute draußen so setzte er sich im hemd wie er war hin nahm ein seidenes tuch und putzte damit ganz gewissenhaft eine halbe stunde lang die brille dass ihm von der ungewohnten arbeit der schweiß die stirn hinunter lief darauf kleidete er sich flugs an und dann ging er mit der brille auf der nase in den garten der sultan wusste nicht wie ihm geschah die welt schien ihm verwandelt und er selbst glaubte ein anderer geworden zu sein es war ihm so wohl und freudig zumut wie ihm lange ja überhaupt noch nie gewesen war wie hell leuchtete die sonne wie pranken die frischen tautropfen auf allen gräsern und blüten und wie würzig und frisch wehte ihm die kühle Morgenluft um die schläfer es zog ihn immer weiter und tiefer in den garten hinein und er ging wege die er noch nie gegangen war nicht die kunstvoll angelegten mit palmen kamelien und magnolien besetzten großen alleen die zu grotten und marmor bildern zu kleinen tempeln und pavillons führten nein es zog ihn seit ab wo bäume wild wuchsen hochragende platanen und knorrige eichen und wo vergissmein nicht und feilchen männertreu und hanenfuß auf grüner wiese bunt durcheinander standen das das schien dem sultan alles so wundervoll und er dachte er müsse bisher doch wohl blind gewesen sein dass er an dem allen achtlos hatte vorübergehen können wie schön war jeder grashalm die einen groß und stämmig die anderen schlank und zierlich von jedem windhauch bewegt die ganze wiese im morgentau glich einem silberglänzenden schleier drin zirpten die grillen und die frösche quakten vom nahen teich her dem sultan klang das lieblicher wie sonst gesang und mandolinenspiel gar manches blümchen nahm er auf hier ein weißes ein blaues dort ein rotes oder gelbes voll andächtigen staunens sah er wie reich der liebe gott auch das kleinste mit schönheit und anmut umgeben hat zur Freude derer die offenen auges und freien sinnes durch seine herrliche welt gehen vor lauter vergnügen wälzte er sich auf der wiese herum und zuletzt schlug er gar im gras einen purzelbaum darob erschrak er aber doch ein wenig denn dachte er was werden die leute sagen wenn sie sehen dass ich der großmächtige sultan der beherrscher von so vielen millionen einen purzelbaum schlager aber zum glück hatte es niemand gesehen als ein kleiner weißer spitz der lustig bellend angehopst kam und an dem sultan empor empor sprang der hätte sonst das kleine tier nicht beachtet aber jetzt in seiner frohen laune ließ er sich die gesellschaft des lustigen tierchens gern gefallen der hund hüpfte voraus und der sultan immer mit über felder und wiesen wie lange das wusste keiner von beiden allmählich wurde jedoch abdallah gar seltsam und etwas unbehaglich zum mut er hatte im magen ein gefühl das er nicht kannte das ihn aber quälte saß da drinnen ein böser wurm der an ihm nagte der sultan wusste es nicht und der spitz konnte ihm keine auskunft geben plötzlich sah er nicht weit hinter bäumen versteckt ein kleines häuschen davor saß ein älterer mann mit seiner frau und seinem sohn jeder hatte neben sich spaten rechen und hacke stehen es waren landleute die eben noch auf dem feld gearbeitet hatten und jetzt ihr frühstück milchsuppe und schwarzbrot verzehrten sie kannten den sultan nicht als er sie aber recht freundlich fragte ob er nicht mit essen dürfe luden sie ihn herzlich ein der sultan aß immer ein stück brot nach dem anderen und einen teller milchsuppe nach dem anderen und die guten leute freuten sich von ganzem herzen wie es ihrem gast schmeckte der konnte das essen gar nicht genug loben und beteuerte immer wieder so gut habe es ihm in seinem ganzen leben noch nicht geschmeckt das dass das schwarzbrot mit milchsuppe gewesen sei wollte er durchaus nicht glauben und meinte er müsse etwas ganz besonders feines gegessen haben ach nein herr sagte der alte man ihr habt wohl nur tüchtigen hunger gehabt deshalb hat es euch so gut geschmeckt doch abdallah meinte hunger kenne ich nicht den habe ich noch nie und ganz gewiss auch jetzt nicht gehabt und er bat die leute bald wiederkommen zu dürfen das sagten sie ihm gerne zu nahmen aber den ring den der fremde ihnen schenken wollte nicht an denn meinten sie wir haben euch nicht für lohn aufgenommen sondern um Gottes und eurer frohen und guten Augen willen lebt wohl Herr und kommt bald wieder der Sultan ging herzlich dankend mit Spitz der sich auch an Milchsuppe hatte stärken dürfen den Weg nach seinem Palast zurück dort fand er alle in großer Aufregung denn man hatte schon gefürchtet es möchte ihm ein Unglück zugestoßen sein aber sie beruhigten sich schnell als sie den Sultan sahen und wunderten sich nur über seine frohe Laune und seine große Brille und weil sie glaubten ihrem Herrn alles nachtun zu müssen zeigten sie auch alle lustige Gesichter und setzten sich Brillen auf ihre Nasen das aber waren gewöhnliche Brillen keine Zauberbrillen wie der Sultan einer hatte diese nützten nichts nur die Brillenmacher hatten gute Tage rieben sich vergnügt die Hände und lachten in sich hinein so lebte Abdallah mehrere Wochen in großer Zufriedenheit und wenn er einen Kummer hatte so war es nur der dass die alte Marianna gar keine Belohnung annehmen auch nicht mehr in den Palast kommen wollte ich bin dort jetzt ganz überflüssig meinte sie und es gefällt mir zu Hause in meiner Ruhe am besten da geschah es eines Tages dass der Sultan von dem großmächtigen Kalifen Beniro Bei Besuch bekam schon mit Abdallas Vater war der Kalif befreundet gewesen und er kam jetzt um den jungen Herrscher auf der Fahrt nach dem Grab des Propheten zu begrüßen er brachte viele hundert Diener mit einer immer kostbarer gekleidet als der andere alle saßen auf stattlichen Rossen oder schwerfälligen Kamelen und es dauerte wohl eine halbe Stunde bis der letzte in die Tore des Palastes eingezogen war Dann wurde zu Ehren des Hohen Gastes ein Fest gefeiert zu dem alle Großen des Landes eingeladen waren Dabei gab es das beste Essen und auch dem Wein wurde tapfer zugesprochen und der machte wie ihr wisst zutraulich und redselig Das wurde auch der Kalif und so fragte er denn gegen Ende der Tafel den Sultan Abdallah was hast du eigentlich da für eine Brille auf der Nase Schön ist sie nicht Dein Auge ist gut Warum also trägst du sie Der Sultan lächelte und antwortete Die Brille ist ein kostbares Ding Die ist mir mehr wert als mein halbes Reich Deshalb putze ich sie auch jeden Morgen und jeden Abend eine halbe Stunde lang selber damit sie hübsch blank bleibt Darüber lachte Beniro aus vollem Halse sodass der Sultan sogar ein bisschen böse wurde Er ließ sich aber nichts merken weil der andere sein Gast war und fragte ihn nur weshalb er denn so lache Ja sagte der Kalif Das ist doch zu spaßig Mir ist das noch nicht vorgekommen dass ein Sultan etwas selbst tut Putzest du dir denn auch deine Stiefel selbst Nein Nein erwiderte Abdallah etwas kleinlaut Nun also meinte Beniro Wenn du schon die Brille tragen willst meinet wegen aber selbst putzen wirst du sie doch nicht mehr das ist ja ein zu putziger Einfall von dir Weil der Kalif gar so herzlich lachte musste Abdallah schließlich mit lachen und sie stießen miteinander an waren wieder die besten Freunde und sprachen bald von etwas anderem Um Mitternacht bestieg Beniro sein Ross und zog mit seinen Begleitern weiter denn der großen Hitze wegen wollte er bei Nacht reiten Der Sultan ging in sein Schlafzimmer Er war sehr müde und ermattet doch er setzte sich wie er es seit langem gewohnt war auf einen Stuhl und nahm die Brille ab um sie zu putzen aber plötzlich fielen ihm des Kalifen spöttische Worte ein und dann war er so müde Ach heute dachte der Sultan kann mir einmal mein treuer Ibrahim helfen Er gab darum dem alten Diener die Brille mit dem Befehl sie eine halbe Stunde lang sorgfältig zu putzen legte sich nieder und schlief sofort ein Am nächsten Morgen lag die Brille wie immer neben des Sultans Bett aber nicht so frohgemut wie sonst stand er auf denn er hatte ein schlechtes Gewissen und war besorgt die Gläser möchten trüb geworden sein drum atmete er erleichtert auf als er durch die Brille sah und sie noch ebenso hell und klar fand wie vorher er lobte seinen alten Ibrahim und ließ fortan von ihm jeden Morgen und jeden Abend die Brille putzen der Sultan wusste ja dass er sich auf den braven Menschen verlassen könne aber eines morgens oh schrecken als der Sultan wieder die Brille aufsetzte waren die Gläser trüb geworden und man konnte nichts mehr dadurch sehen er schallte den Ibrahim einen Tagedieb und Faulenzer aber der beteuerte ich bin unschuldig ich habe ganz gewissenhaft geputzt und wie ich zuletzt die Brille aus der Hand gelegt habe sind die Gläser auch noch hell und klar und durchsichtig gewesen Der Sultan ließ die Mariana holen und erzählte ihr was geschehen war Als die Alte hörte wie man mit ihrer Brille umgegangen war wurde sie furchtbar wütend Die sonst so ruhige und sanftmütige Frau war wie umgewandelt und schrie den Sultan an So wenig hast du mein Geschenk in Ehren gehalten Ich habe dir das kostbarste gegeben was ein Mensch besitzen kann was mehr wert ist als dein ganzes Reich und du hast es verliedert und verschlampt Der Sultan wollte sich entschuldigen und der Marianne erklären aber die ließ nichts gelten wurde immer heftiger und rief schließlich dem Sultan zu Ich helfe dir nicht du verdienst solch kostbares Geschenk gar nicht du Faulenzer Das war Abdallah aber doch zu viel Ihn den mächtigen Herrscher wagte ein armes altes Weib Faulenzer zu nennen Voller Wut ließ er die Marianne ergreifen und ins Gefängnis führen Die Brille aber ließ er in einen Brunnen werfen der vor der Stadt auf dem Felde lag und so tief war dass noch niemand daraus hatte Wasser schöpfen können Deshalb dachten viele Leute das sei gar kein richtiger Brunnen sondern der Eingang zur Hölle Im Volk hieß der Brunnen der Teufelsbrunnen Die arme Marianne saß bei Wasser und Brot im Gefängnis und konnte darüber nachdenken dass es nicht klug ist den Mächtigen dieser Erde seine Meinung allzu grob und deutlich ins Gesicht zu sagen und wenn sie gar an ihr liebes Enkelkind die schöne Fat Mähne dachte war sie zu Tode betrübt und weinte bittere Tränen doch das sollte nicht lange so bleiben und nun hört einmal wie das gekommen ist zu jener Zeit zog durch das Morgenland ein Jüngling der unter dem Volk Günther der Geigenspieler hieß er war von einer fernen Insel gekommen und er sah auch ganz anders aus als die Menschen in des Sultans reichen er hatte helle blaue Augen blonde locken und ein Gesicht so rosig und zart wie Pfirsich blühte er spielte wohin er kam auf der Geige und wie er spielte das klang zuerst wie tiefes Sehnen dann wie frohes hoffen und zuletzt wie lauter Jubel und Freude es war kein Mensch der ihm nicht folgte und nicht von dem Spiel bezaubert und wie umgewandelt war böse Menschen unterließen was sie hässliches gegen andere im Schilde führten und halfen denen die sie hatten schädigen wollen alter Hass verschwand bei dem Spiel aus den Herzen eingefressener Groll aus den Seelen und bittere Feindschaft aus den Sinnen die traurigen wurden lustig die bedrückten frohgemut die besorgten zuversichtlich und die verzweifelten vertrauensvoll Tiere und Pflanzen ja selbst die leblose Natur schien empfänglich für des Jünglings Zauber weisen die Tiere heuchten auf die Bäume neigten sich die Blumen wandten ihre Köpfe seinem Spiel zu und die Häuser taten ihre Tore Türen und Fenster weit weit auf um die süßen Töne in vollen Strömen hereinklingen zu lassen an diesem Abend zog der Jüngling in die Hauptstadt ein da es schon dunkel war wurde er nicht bemerkt und das war ihm gerade recht denn er wollte nach dem Gefängnis gehen um der alten Marianne zu helfen von deren traurigen Geschick er gehört hatte er setzte sich nahe dem Gefängnis in das Dunkel eines Gemäuers und wartete ab bis es Mitternacht geworden war und alle Menschen schliefen dann fing er an zu spielen zuerst leise zitternd und zagend dann immer voller heller und froher marianne rieb sich den Schlaf aus den Augen und horchte sie wusste nicht wie ihr war hatte sie geträumt oder hatte sie wirklich ihre Brille wieder war die Welt wieder so schön wie früher lebte sie wieder mit Fadmene in ihrem gemütlichen Stübchen und was war denn das da taten sich ja Türe und Fenster ihrer Kerkerstube auf und es strömten jubelnde Töne herein die das ganze Haus zu sprengen schienen die alte Frau litt es nicht mehr drinnen sie eilte fort dahin wohin die Töne sie zogen und niemand hielt sie zurück denn alle Wächter des Gefängnisses mit vielem anderen Volk umstanden den wunderbaren Jüngling der vom Licht des Mondes umflossen zauberisch und verklärt erschien wie ein Bote des Himmels als er die Marianna kommen sah hörte er zu spielen auf und ließ die Leute in ihre Stuben zurück gehen die alte aber führte er nach ihrem Haus und gebot ihr dort zu bleiben und sich nicht sehen zu lassen er selbst wollte nicht verweilen denn meinte er es gäbe für ihn noch viel in dieser Nacht zu tun und eilends ging er weiter zum Palast des Sultans Abdallah lag in seinem seidenen Bett aber der Schlaf floh ihn denn er dachte an das Unrecht das er der Marianna getan hatte und er hätte gern mit manchen armen Tagelöhner getauscht dem schwere Arbeit und ein gutes Gewissen tiefen Schlaf schenken da tönte es von der Straße herauf wie leises Mahnen das immer eindringlicher und vernehmlicher wurde mittlerweile hell 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 geworden aber sie wollte nicht dass der Sultan sie fände hatte doch auch der schöne Geigenspieler ihr geraten sich nicht sehen zu lassen drum hieß sie die Fatmene hinunter gehen und dem Sultan sagen ihre Großmutter sei im Gefängnis gestorben das Kind tat wie ihm geheißen wurde der Sultan brach darüber in Tränen und laute Klagen aus und nannte sich selbst den Mörder der alten Frau denn vor Kummer über ihre Einkerkerung müsse sie gestorben sein der schönen Fatmene tat der Sultan leid und sie hätte ihm gern die Wahrheit gesagt aber sie durfte es nicht und darum schwieg sie Abdallah beklagte sie selber auch von Herzen weil sie doch jetzt ganz verwaist sei doch wolle er für das Mädchens Wohlergehen sorgen und noch heute hundert Kamele schicken mit Gold Perlen und Kostbarkeiten aller Art reich beladen Fatmene wies alles zurück aber Abdallah ließ mit seinen Bitten nicht nach und beteuerte ich lasse dich nicht allein und wenn du kein Geschenk und sonst keine Hilfe von mir annimmst um dich gegen Diebe und böse Menschen beschützen zu können so blieb der Sultan in dem Haus der alten Marianna und suchte Fatmene zu trösten so gut er konnte die alte Großmutter aber hielt sich oben in einem kleinen Zimmerchen unter dem Dach und ließ sich nicht blicken der Sultan glaubte deshalb nach wie vor die alte Frau sei im Gefängnis gestorben jeden Abend aber kam Fatmene zur Großmutter erzählte ihr was am Tag geschehen war und holte sich Rat bei der klugen alten Frau das ging so eine geraume Zeit der Sultan hilfreich wo er nur konnte holte der Fatmene Wasser aus dem Brunnen oder brachte ihr Holz aus dem nahen Wald und lernte es mit dem Beil klein zu machen Fatmene sang ihm zum Dank schöne Lieder vor oder erzählte von ihren Erlebnissen und dem Leben anderer Menschen dafür berichtete wieder der Sultan aus seiner Jugend und wie es am Hof seines Vaters zugegangen sei und von anderen Fürsten und ihren Schicksalen dabei verging beiden die Zeit wie im Flug denn für jeden war neu und lehrreich was der andere zu erzählen wusste mit jedem Tag wurden sie froher und vertrauter und der Sultan konnte sich nicht genug darüber wundern wie er in dem kleinen Häuschen sich wohl fühlte und wie gut er in seinem kleinen Kämmerchen schlief eines Tages aber kam des Sultans Großvisier und bat seinen Herrn kehre in den Palast zurück es ist eine fremde Gesandtschaft gekommen die du empfangen musst auch viele andere Regierungsgeschäfte sind zu erledigen tief betrübt weil sie sich trennen sollten saßen Abdallah und Fatmene beieinander und der Sultan fühlte dass er das Mädchen über alles lieb habe und sie nie und nimmer verlassen könne also fragte er kurz entschlossen die Fatmene ob sie nicht seine Frau werden und mit ihm in seinen Palast kommen wolle das junge Ding war darüber furchtbar erschrocken sie die arme Fatmene sollte Sultanen werden und aus der bescheidenen kleinen Hütte in den herrlichen Palast einziehen sie wusste nicht was sie erwidern sollte und lieb statt aller Antwort in ihrer Bestürzung aus dem Zimmer und hinauf zur Großmutter der erzählte sie was geschehen war die alte Frau hatte wohl der gleichen geahnt denn sie lachte ein bisschen verschmitzt in sich hinein ließ aber Fatmene die weinend ihr Gesicht im Schoß der Großmutter verbarg nichts merken sondern sagte mit großem Ernst ich will dir meinen Segen zur Heirat geben und dich mit dem Sultan ziehen lassen wenn mir Abdallah meine Brille wieder schafft Fatmene sprang hinunter und sagte dem Sultan ich will dich gern zum Manne nehmen aber du musst mir zuvor die Brille der Großmutter zurückgeben Der Sultan versprach das solle sofort geschehen eilte nach seinem Palast ließ all seine Soldaten und Offiziere zusammentreten und versprach ihnen die Hälfte seines Schatzes als Belohnung wenn sie ihm die Brille aus dem Teufelsbrunnen herausholten viele machten ein bedenkliches Gesicht dazu und wollten lieber auf alle Schätze der Welt verzichten als sich in dem Brunnen vom Teufel holen und mit Extrapost nach der Hölle bringen lassen doch zehn besonders mutige und tapfere Offiziere taten sich zusammen versahen sich mit langen Leitern und Stricken und beschlossen in den Brunnen hinunter zu steigen zunächst ging es auch ganz gut sie ließen Leitern und Stricke die sie oben befestigten tief in den Brunnen hinab ohne dass sich etwas besonderes zeigte kaum aber schickten sie sich an hinunter zu steigen da kam ihnen ein scheußlicher Kerl entgegen es wird wohl der Teufel oder einer seiner Gesellen gewesen sein er hatte feurige Augen sein Atem ging wie Pech und Schwefel seine Hände hatten scharfe Krallen und aus jedem Finger schoss ein Feuerstrahl heraus Der Unhold trieb die mutigen Männer zurück und schrie mit dröhnender Stimme Veniatipsissimus Veniatipsissimus und so oft die Tapferen den Versuch in den Schacht hinabzusteigen erneuerten bei Tag und bei Nacht immer wieder kam das Scheusal aus der Tiefe hervor brüllte sein Veniatipsissimus und scheuchte die Männer zurück So mussten sie schließlich unverrichteter Sache in tiefer Niedergeschlagenheit nach dem Palast zurückgehen Der Sultan war aber noch viel betrübter als sie denn Fatmene blieb dabei sie müsse die Brille wieder haben sonst werde sie nicht des Sultans Frau und Abdallah fühlte von Tag zu Tag mehr dass er ohne das Mädchen nicht leben könne er war der Verzweiflung nah schließlich entschloss er sich auf den Rat seines Großvisiers zu einem uralten Mönch zu gehen der schon seit urdenklichen Zeiten als Einsiedler in der Wüste lebte und in dem Ruf besonderer Weisheit stand Der Sultan stellte dem Greis die Sache vor und bat um Rat Ja sagte der Alter du musst selber gehen Was ich soll in den Brunnen steigen in den schmutzigen dunklen Brunnen und vielleicht gar mich vom Teufel holen lassen Das wird wohl nicht anders gehen Abdallah denn die Worte die der Teufel oder wer sonst es war immer wieder geschrien hat sind lateinisch und heißen er soll selber kommen in höchsteigener Person Ich glaube damit meinte er dich Sultan denn du warst es doch der die Brille in den Brunnen hat werfen lassen Der Sultan entfernte sich und zwar in wenig gnädiger Laune denn dass ihm der Alte zugemutet hatte selbst in den schrecklichen Brunnen zu steigen das wollte ihm gar nicht gefallen Er verbrachte die Nacht schlaflos weil er aber keinen Ausweg sah und seine Sehnsucht nach Fatmene immer größer wurde so entschloss er sich am nächsten Morgen in den Brunnen zu steigen und nach der Brille zu suchen Es regte sich auch wirklich nichts als Abdallah in den Schacht hinab stieg Das feurige Scheusal kam nicht zum Vorschein und der alte Mönch schien recht gehabt zu haben Der Sultan aber stieg immer tiefer und tiefer hinab Die Männer die oben Wache hielten konnten ihn schon lange nicht mehr sehen Je tiefer es aber abwärts ging desto dunkler und schauriger wurde es in dem unergründlichen Schacht so dass dem Sultan ganz bang wurde Aber er ließ nicht nach Denn was galt ihm das Leben wenn er seine geliebte Fatmene nicht gewinnen konnte Stunden und Stunden war der Sultan wohl schon hinab gestiegen Er war immer verzagter geworden Auch seine Kräfte drohten ihn zu verlassen Da hörte er von unten herauf undeutliche Geräusche wie Hämmern und Klopfen und Pochen und Schlagen Je weiter er hinab stieg desto größer wurde der Lärm bis er sich zu einem betäubenden Getöse steigerte Schließlich es war plötzlich wieder ganz hell um ihn geworden stand der Sultan vor einer Glastür an der in goldenen Schriftzeichen Labor stand sie führte in einen hell erleuchteten unermesslich weiten Saal von drinnen kam das Getöse denn da war alles in unaufhörlicher Bewegung in dem ganzen weiten Saal standen riesige Glaskasten die durch gläserne Röhren miteinander verbunden waren in in die Kasten wurde fortwährend Wasser gepumpt und nach oben in tausend verschiedene Strahlen abgeleitet überall bei den sprühenden schäumenden brausenden Wassern arbeiteten geschäftige und possierlich winzige Zwerge die wie kleine Gummimänner aussahen ob die Kerlchen wirklich aus Gummi waren konnte der Sultan nicht erkennen Wie er eintrat kam ihm ein rüstiger älterer Mann mit den Worten entgegen Gut dass du kommst Abdallah Eben ist deine Brille fertig geworden Wir hatten schön zu tun sie wieder blank zu machen Vier Monate und drei Tage haben wir sie beständig mit Wasser spülen müssen Aber jetzt sind die Gläser wieder hell Währenddessen brachte auch schon ein kleiner Gummizwerg die Brille und gab sie auf Geheiß seines Herrn dem Sultan Abdallah wusste nicht was er zu all dem sagen sollte doch Herr Labor das war der Mann der den Sultan empfangen hatte meinte zum reden habe ich keine Zeit in meiner Werkstatt muss ununterbrochen gearbeitet werden sonst haben die Quellen Flüsse und Seen auf der Erde kein Wasser denn das muss ich von hier unten hinauf schaffen ans Tageslicht übrigens musst auch du dich und Fadmene erwarten schon in Angst und Sorge deine Rückkehr so blieb dem Sultan nur übrig Herrn Labor kurz zu danken und so dann den Rückweg anzutreten in seiner überströmenden Freude verspürte er nichts mehr von Müdigkeit wie ein Eichhörnchen sprang er von Sprosse zu Sprosse empor nicht selten auch übersprang er eine oder zwei der Abstieg war ihm unendlich lang und mühselig erschienen der Aufstieg schien ihm Spielerei als er jetzt wieder das Tageslicht erblickte kam es ihm so vor als sei er in wenigen Minuten hinauf gestiegen seine Begleiter riefen ihm zu noch ein Sprung und der Sultan stand wieder auf der Erde aber wie sah er aus über und über mit Staub und Schmutz bedeckt doch er fragte nicht danach seine Leute wollten ihn zurück halten um ihm erst ein anderes Kleid zu bringen aber er machte sich los und lief wie er stand so schnell er konnte nach dem Haus der Fatmene das Mädchen sah ihn daher kommen wie er glückstrahlend und atemlos die Brille in der hoch erhobenen Hand schwenkte es rief die Großmutter da die Alte ihre Brille sah und die Freude die aus des Kindes Augen strahlte schwand aller Groll aus ihrem Herzen und sie lief mit Fatmene dem Sultan entgegen Abdallah tief bewegt als er Marianna wieder sah sank auf die Knie nieder dankte Gott und küsste beiden Frauen die Hände die alte Großmutter hob ihn freundlich lächelnd auf legte die Hände des jungen Paares ineinander und segnete die beiden überglücklichen Menschen noch an demselben Tage wurde Hochzeit gefeiert die Großmutter schenkte ihren Kindern die Brille sie meinte sie selbst brauche sie nicht mehr aber die Jungen sollten sie in Ehren halten die beiden versprachen das und haben ihr Wort bis an ihr Lebensende gehalten und die Brille ist nicht wieder trüb geworden Die Weiße Eule von Agnes Freifrau von Verschür Habt ihr gesehen wie sie vorüberflog sagte die Polarfüchsen zu ihren schwarz behaarten Kleinen die sich in dem warmen Höhlengang des Baus schnuppert um sie drängten da drinnen fand man Schutz vor Sturm und Schneetreiben und vor all der grimmigen Kälte draußen Denn es war ja ganz oben im hohen Norden an der Küste der Insel Spitzbergen die noch so viel weiter nordwärts gelegen ist als Norwegen und als all die anderen bekannten Gegenden der bunten Länderkarte von Europa Habt ihr die Weiße Eule gesehen? Gebt Acht wenn sie noch einmal da drüben über die Klippen fliegen wird Seht sie euch ordentlich an denn sie ist ein Wundervogel weit über neunhundert Jahre alt und ihresgleichen gibt es nicht wieder Am kalten Strande draußen lagen die Seehunde und sonnten sich in den bleichen Strahlen der Mitternacht Sonne die immer ganz tief am Horizont stand und doch nicht untergehen wollte sie blinzelten mit den sanften Augen und schauten bedächtig auf denn auch sie hatten die Weiße Eule vorüberfliegen sehen diese Eule war der geheimnisvolle Vogel den alle Tiere des Polarkreises mit Ehrfurcht betrachteten sie hatte viel gesehen und große Weisheit gesammelt ja sie hatte sogar den Nordpol gesehen ihre großen weißen Flügel trugen sie stark und sicher dahin über all die unendlichen Eisflächen die zwischen Spitzbergen und dem Nordpol wohl hunderte von Meilen weit ausgedehnt liegen aber auch nach Süden zu kann die Eule fliegen bis dahin wo es so abscheulich heiß ist sagte der Eisbär der unter der Klippe auf einer Scholle saß er schüttelte sich vor Unbehagen bei dem Gedanken an so viel wärmer sie kennt sogar die Wohnungen der Menschen und hat uns davon erzählt wie törig das Menschenvolk ist weil es immer wieder welche unter ihnen gibt die so lange den Weg nach Norden suchen bis sie vom Eis begraben oder vom Meerwasser verschlungen werden oder bis die Eisbären sie verspeisen sagte der alte Seehund mit dem treuherzigen Blick sein Haar war spiegelblank zurückgekämmt und weich wie Seider er ließ sich jeden Morgen von den Wellen kämmen ehe er zum behaglichen Sonnen an den Strand kroch besser wir verspeisen sie als dass sie sich unsere Tatzen wohl schmecken lassen erwiderte der Eisbär und wälzte seinen dicken Leib auf die andere kältere Seite der Eisscholle auf der er ruhte auch unsere schönen weißen Kleider ziehen sie uns aus um sich damit zu schmücken er schlug mit seiner gewaltigen Pranke auf das Eis das es krachte und splitterte so dass ein paar schwerfällige Fettgänse die in seiner Nähe am Ufer saßen erschrocken aufflogen jedoch nur um sich gleich wieder dicht daneben im seichten Wasser plumps niederzulassen hört macht nicht solchen Lärm mit euren breiten plumpen Schwimmfüßen rief die Füchsin vom Eingang ihrer Höhle her ich höre einen anderen Ton in der Luft ihr wisst mein Gehör ist fein und trügt niemals ich höre den nahenden Flügelschlag der weißen Euler Im Dämmerschein des Polarabends kam sie lautlos herangeflogen mit großen ausgebreiteten schneeweißen Flügeln sie ließ sich auf die Klippe nieder von der der Eisbär sogleich ehrfürchtig zurückgerollt war und blickte über die Küste hin mit großen wunderbaren immer grau verschleierten Augen sie war ein herrlicher Vogel in ihrer fleckenlosen Weiße aber das schönste an ihr waren doch die Augen welche aussahen als ob sie alle Dinge dieser Erde und alle Geheimnisse bis auf den letzten Grund gesehen hätten in der großen Stille ringsum vernahm man deutlich jedes Wort als sie mit ihrer leisen feinen Vogelstimme zu reden begann ich grüße euch meine Kinder vom nördlichen Eismeer ich wollte euch wiedersehen auf meiner Reise nach Süden und wollte euch erzählen was ihr alle so gerne hört und von dem ihr doch alle nichts wissen könnt ich will euch erzählen von meinem letzten Besuch am Nordpol ich bin in diesem Jahr zum tausendsten Male dort gewesen deshalb war es ganz besonders schön und feierlich wie ein Jubiläum die Eule schlug ihre langen spitzen krallen fester in das graue moos der klippe auf der sie saß diesmal war es ganz besonders schön ich saß auf der achse der erde und sah die funkelnden sternbilder um mich herum sich im kreise drehen sie alle schienen meinen ehrentag mit zu feiern und meinen alten Augen schimmerten sie diesmal fast zu grell der Orion hatte sein glänzendes schwert umgegürtet wie ein held und der große und der kleine bär bewegten sich mit in dem festlichen reigen der nordstern leuchtete und das siebengestirn schien mir zu winken der drache zog seinen glänzenden schweif über den schwarzen himmelsbogen hin ja es waren sterne ohne zahl die flimmerten auf mich herab und lehrten mich die alte weisheit von der kleinheit der erde dann kamen die nordlichter und tanzten vor mir ihre blendenden feuertänze bläulich schimmerte das eis in ihrem licht und bläulich erglänzte auch mein gefieder der mond erbleichte und selbst die mitternachts sonne ward trübe denn am nordpol herrschten die nordlichter die sonne ist da oben wie gestorben und auch der sturm muss schweigen am nordpol ist fortwährend windstille nicht einmal das knacken des eises würdet ihr hören und keines vogels geschrei denn im kreise um die achse der erde ist ewig toten stille in dieser stille war ich drei tage und drei nächte lang und füllte meinen alten vogel geist mit neuer weisheit jetzt aber will ich südwärts fliegen bis hin zu den Meeresströmungen von den sich das Menschenvolk so gerne nach Norden treiben lässt wie sind sie klein und schwach in ihrem ehrgeizigen streben nach Ruhm und Wissen wie manches Schiff sah ich im Eis vergehen und wie manches Gebein sah ich bleichen ja einen sah ich in den Lüften fliegen und doch auch in die Tiefe stürzen wie kann ein Menschenkind das Fliegen versuchen wenn er nicht Flügel hat die so stark und ausdauernd sind wie meine die greise Eule spannte bei diesen Worten ihre Schwingen wieder weit aus lebt wohl bis zum nächsten Jahr rief sie beim aufwärts schweben und alle Augen folgten der weißen Erscheinung welche ebenso schnell und lautlos wie sie gekommen in den Nebeln die über der Insel land einwärts lagerten verschwand das war eine schöne Geschichte und das war Weisheit sagte die Füchsen aber nun ihr guten Kinder denke ich wollen wir lustig sein und tanzen denn der Mond ist aufgegangen und zu viel Weisheit vorm Schlafen gehen ist nicht bekömmlich die kleinen Füchse fassten sich gegenseitig bei den Pfoten und tanzten auf den blank gewaschenen Kieseln des Strandes dass es eine Lust war die Seehunde wälzten sich im mondbeschienenen Wasser bis der Schaum hoch aufspritzte und der alte Eisbär sich brummend weiter auf den Strand zurück zog nur die dicken Fettgänse blieben unbeweglich neben der Klippe sitzen zum Tanzen waren sie zu bequem und vielleicht auch nicht mehr jugendlich genug die weichen flatternden Nebel die über der Insel lagerten wurden dichter und verhüllten nach dem Süden in der die Weiße Eule verschwunden war aus dieser Richtung von Süden her kam langsam ein Schiff gefahren es war ein gutes Schiff breit und kräftig gebaut mit wuchtigem Bug der auch den härtesten Eismassen Widerstand leisten konnte seine Masten waren harzige Tannen Stämme in Schwedens Küstenwäldern gewachsen und deshalb von Jugend auf an die Gewalt der Seestürmer Gewöhnt Es war die Maria das Schiff des schwedischen Schiffers Olaf Eriksson der trug eine große Sehnsucht in der Seele ein ehrgeiziges Verlangen es allen seinen Landsleuten vorzutun zu sehen was bisher noch keines Menschen Auge gesehen hatte und endlich den Nordpol zu erreichen Mit günstigem Wind war die Maria bisher gefahren vorbei an Norwegens felsiger Küste vorüber am steilen dunklen Nordkap das so scharf gezeichnet ist gegen die dahinter sich dehnende Ferne der unbekannten Gewässer des nördlichen Eismeeres Tage und Nächte lang immer nur Wasserfläche Stahl Grau und Öde im kraftlosen Sonnenlicht und dann kam die kahle Küste von Spitzbergen von da aus wollte man hinüber zum rätselhaften Franz-Joseph-Land und weiter hinauf bis dahin wo auf den Landkarten die großen weißen Flecken anfangen von denen niemand mehr sagen kann was dort zu finden ist ein jeder Schiffer der dort hinauf will muss wissen ob er Mut genug in der Seele trägt um auszuhalten in der grausigen Polarnacht die sechs Monate dauert und in einer Kälte die niemand recht beschreiben kann der Schiffer Olaf Eriksson hatte solch mutigen Sinn und eine starke Hoffnung sein Ziel zu erreichen Er blickte vom Deck seines Fahrzeugs auf das kalte graue Wasser das sich öde und weit vor ihm ausdehnte Das gleichmäßige Rauschen der See schläferte ihn ein und er schloss die Augen Da sah er im Traum das Bild seiner Heimat Er sah ein kleines weißes Haus in Schweden das in sonnigen Dünen dicht am Strand gebettet lag Er schaute durch das niedrige Fenster in eine helle Stube hinein und sah ein Weib am Tisch sitzen Es war Maria seine Frau Die linke Hand hatte sie aufgestützt und ihr Gesicht war nach der Seeseite zu gewandt Die rechte Hand hielt den hölzernen Rand einer Wiege in der ein Knabe schlief Das war sein Sohn Und im Traume erlebte er noch einmal die Stunde des Abschieds in der Maria den Hand geküsst hatte Du wirst mich niemals vergessen solange du den Ring hast und du wirst wiederkommen so Gott es will hatte sie dabei gesagt Dann erwachte Olaf Eriksson und fühlte nach seinem Ring und drückte ihn fest Er wusste dass er sein Weib und Kind nicht vergessen konnte in alle Ewigkeit nicht Der weiße Schleier der Polarnacht die im Sommer hell ist weil die Sonne nicht unter geht senkte sich herab Es war Dämmerung Im Tauwerk der Masten schwankten rechts und links die beiden Laternen grün und rot Der Steuermann war vorne in seinem kleinen Haus und die übrige Mannschaft ruht in der Kajüte aus vom schweren Tag Werk Kurs Kurs nach Nord immer geradeaus in die graue Ferne hinein Der Schiffer blickte nach oben ob die Nebel sich noch verdichteten denn kein Stern war zu sehen kein Licht aus den beiden Laternen Da fiel ein sonderbarer Schein auf sein Gesicht Er kam aus einem bisher noch nie gesehenen Augenpaar das unverwandt auf Olaf Eriksson gerichtet war Im Mittelmast auf der Rahr saß seine große weiße Euler und im Nebel der rings umher lagerte schien das Gefieder des Vogels selbst aus feinen Nebelstreifen gewoben zu sein War es Sinnestäuschung oder war es ein Gespenst das des Schiffers noch halb vom Traum befangene Sinne narrte Geräuschlos breitete der Vogel seine Flügel aus und ließ sich zu Olafs Füßen auf das Deck nieder Seh da ein Polarvogel eine weiße Uhu Art wie sie in diesen Gegenden manchmal vorkommen sollen sagte der Schiffer Aber gleich darauf schnürte ihm ein beklemmendes Gefühl die Kehle zu wie der fremde Vogel seine Schleier Augen plötzlich weit aufmachte und ein ganzes Bündel von gelben Strahlen daraus hervorschießen ließ Dann vernahm er eine fremde Stimme die mit Menschen Stimmen gar keine Ähnlichkeit hatte und die er trotzdem sehr gut verstand Ich bin die weiße Eule sagte die Stimme Ich Ich bin die älteste meines Geschlechts Vogel rief er begeistert aus Gib mir Unterkunft auf deinem Schiffer in deiner warmen Kajüte so will ich sehen was ich für dich tun kann erwiderte die Eule und wie Olaf verlangend seinen Arm ausstreckte da flog sie vom Boden auf und setzte sich darauf sie ließ es geschehen dass er sie behutsam und immer noch wie Traum befangen in seine Kajüte hinunter trug Ich will mich einmal mit diesem Menschen Volk etwas näher einlassen denn auch das wird Weisheit bringen sagte die Eule leise vor sich hin Diesmal sagte sie es in ihrer besonderen Vogelstimme und davon verstand der Schiffer keine Silber Unten in der Kajüte ließ Olaf die Eule sich niederlassen auf den Rand des kleinen Schrankes von dunklem Eichenholz in dem seine Gefährten der Einsamkeit seine Bücher aufgespeichert waren Sie saß davor gerade als ob sie dahin gehörte und sah in ihrer Ruhe aus wie ein ausgestopftes Tier Nichts verriet ihr Leben als nur dann und wann ein müdes Blinzeln der verschleierten Augen aber herrlich und milchweiß glänzte selbst hier das Gefieder im trüben Lichte der kleinen Öllampe die von der Decke herunter hing Solche solche weißen Eulen hatte Olaf Eriksson in Schweden niemals gesehen da gab es nur graue und braune Vögel dieser Gattung die versteckten sich am Tage und flatterten des Nachts im Kiefernforst umher die machten Jagd auf Mäuse und riefen Kiewitt Kiewitt so dass viele Leute sich vor ihnen fürchteten vor dieser Eule aber hier empfand der Schiffer keine Furcht ob gleich er wusste dass sie kein gewöhnliches Tier sondern ein Zaubervogel war und weil sie seine eigene Sprache sprechen und auch verstehen konnte so wurde er immer vertrauter und redete zu ihr wie zu einem alten Freunde so blieb sie in der kleinen Kapitäns Kajüte der Maria viele Tage und viele Nächte die Mannschaft bemerkte den fremden Vogel ohne sich weiter viel denn auf Seereisen gewöhnt man sich überhaupt bald das Wundern ab der kleine Schiffsjunge schlich sich eines morgens unbemerkt in die Kajüte und nach einigem Zögern und Anstarren streckte er behutsam die Finger aus um das weiße Gefieder die beiden starken über dem Schwanz gekreuzten Fittiche ein wenig zu betasten sie ließ es sich gefallen aber dann blinzelte sie mit den Augen da fuhr er erschrocken zusammen und lief wieder an Deck hinauf so schnell seine Füße ihn tragen konnten der Leichtmatrose oben der gerade eine Pfeife stopfte räusperte sich und meinte was was unser Kapitän an dem alten Kauze findet wenn es nur wenigstens noch ein essbarer Vogel wäre dann wäre das freilich eine andere Sache in den stillen Abendstunden wenn die Lampe drunten tröstlich brannte und man die Kälte draußen vergessen konnte bei lustig ringelndem Dampf der aus Teekesseln und Groggläsern hervorstieg an solchen Abenden erzählte die Eule dem Schiffer auf ihre Weise von den Geheimnissen des Nordpols er wusste freilich hinterher nie ganz genau ob er gewacht oder geträumt hatte aber alle diese märchenhaften Dinger setzten sich in seiner Seele fest und erfüllten ihm schließlich Sinne und Gedanken ganz wer den Nordpol erreichen will der muss alles in der Welt was ihm sonst lieb ist verlassen und vergessen können er darf auch nicht darauf hoffen jemals zurück zu kehren denn dort oben ist das reich der ewigen vergessen heit so sprach die Eule und dem Schiffer griff es kalt ans Herz Weib und Kind kann und will ich nicht vergessen denn ich liebe sie mehr als alles in der Welt sagte er leise und drückte den goldenen Ring Marias an die Lippen von diesem Augenblick an wusste die Eule dass sie niemals volle Gewalt über diesen Mann gewinnen würde solange der geweihte Ring an seiner Hand war deshalb trachtete sie danach ihm den Ring zu rauben in einer Nacht als er in tiefem Schlafe auf seinem Bette lag flog sie leise und listig von ihrem Sitz her nieder flog auf den Bettrand und pickte und fasste mit ihrem gebogenen Schnabel nach dem kleinen Reif der Schiffer regte sich und wollte erwachen da schoss sie ein Strahlenbündel ihrer Augen nach ihm das betäubte ihn und er bemerkte nicht wie der Vogel den Ring von seinem Finger nahm und über die eigene rechte Kralle zog bis hinauf unter die dichten Federn des Flügels da war er sicher und für niemand mehr sichtbar verborgen Am anderen Morgen als der Schiffer erwachte da war der Ring verschwunden und mit ihm des Ringes Segen und er merkte es nicht einmal denn er hatte sein Weib und Kind seine Heimat und alles was dahinter lag vergessen Land außer Sicht und weiter Kurs auf Norden sagte der Steuermann und drehte zwischen seinen Händen das wuchtige Ruder das vom vielen Anfassen schon ganz blank und schwarz geworden war inzwischen war es Herbst geworden und die lange dunkle Polarnacht hereingebrochen draußen war eine furchtbare Kälte und die Menge des Eises hemmte bald den Lauf des Schiffes das es fest gemauert liegen blieb in den ungeheuren Eismassen ohne Bewegung aber auch ohne Zagen denn man war ja wohl gerüstet auf solche langen kalten Monate und auf die Öde des Wartens in der Finsternis die Kajüten waren trotz alledem warm und behaglich die Öllampen brannten und die kleinen eisernen Öfen wurden geheizt bis sie voll Hitze fast zersprangen die Mannschaft verkroch sich in diese warmen Löcher im Innern des Schiffes wie die Murmeltiere halte aus bis zur Wiederkehr der Sonne im Frühling dann führe ich dich zum Nordpol flüsterte die Eule dem Schiffer ins Ohr und sie vertrieb ihm weiter die Langeweile der Dunkelheit mit ihren Zauber Geschichten Sieh durch die Luke auf das Eis hinaus sagte sie Siehst du am Horizont das Nordlicht strahlen Siehst du seinen herrlichen blauen Schein der die Schneefelder erleuchtet und die glänzenden weißen und roten Bogen aus denen bunte Licht strahlen hervorschießen Ganze Feuergarben schleudert es zum Himmel empor Das ist ein Feuerwerk wie ihr Menschenkinder es nicht nachmachen könnt Hörst du draußen Solarwolfs vor dem sich alle Tiere fürchten aber du fürchte dich nicht denn er kann dir nichts anhaben solange ich bei dir bin und dich beschütze alle Tiere kennen und ehren mich und lassen kämpfe und streiten ruhen wenn ich mich unter ihnen zeige Olaf Eriksson lag in einer windstillen Nacht in dicke Bärenfälle gewickelt auf dem Verdeck und starrte hinauf in den blau schwarzen Himmel über sich mit den zahllosen Sternen sie flimmerten in seinen Augen und je länger er hinsah desto größer wurde ihre Zahl ein altes Lied kam ihm in den Sinn weißt du wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmels zählt er hatte es früher singen hören aber er wusste nicht mehr wann und wo und von wem weil er alles vergessen hatte was hinter ihm lag so hatte er auch vergessen dass es das Lied war welches seine Frau so oft gesungen hatte wenn sie an der Wiege ihres Kindes saß er versuchte die Sterne zu zählen aber es war ein vergebliches Bemühen und verwirrte ihm die Gedanken dennoch konnte er nicht einschlafen und das war auch nicht ratsam bei dieser Kälte selbst wenn man bis an die Nase in einem Bärenfeld steckte die Eule flatterte aus der Kajüte hervor und setzte sich auf die dicke grünliche Glasscheibe über der Windrose des Kompasses in dem warmen Bretter verschlag auf dem Vordeck heulten die Schiffshunde die bestimmt waren den schweren Reiseschlitten über das Eis zu ziehen Warte bis der Frühling kommt bis die hohe Eismauer drüben wieder niedriger wird dann will ich mich vorne auf deinen Schlitten setzen und ihn steuern sagte die Eule dann wird der Sturmwind kommen der rast schneller als 20 Hunde der treibt dich über das blanke schwarze Eisfeld über Spalten und Risse und selbst über den gähnenden Abgrund dahin er bläst die großen weißen Segler die Eisberge vor sich her so leicht wie Vogelfedern das ist die Flotte des Nordpols die werden dein Schiff umringen und zum Nordpol führen Olaf Eriksson und werden uns alle zusammen versinken und ertrinken lassen dachte der Schiffer und ein heimliches Grauen erfasste ihn war dieser Vogel sein wirklicher Freund oder war es ein Dämon der ihn lockte und reizte war es der Dämon seiner eigenen ehrgeizigen Gedanken der in diesem Tier Gestalt angenommen hatte würde diese Eule ihn und sein gutes Schiff und seine Treue auf ihn vertrauende Mannschaft ins Verderben treiben während sie ihm Dinge vorspiegelte die gar nicht waren und Herrlichkeiten verhieß die sich in Wirklichkeit niemals erfüllen konnten Solche und nach einer Weile von Neuem ertönte Die Magnetnadel am Kompass fing an zu zittern denn sie spürte von allen zuerst das große Ereignis das sich ankündigte den nahen Aufbruch des Eises das Kommen des Frühlings Dazu erhob der Sturm sein Getöse heulend fuhr er über das Schiff dahin das es in allen Fugen zitterte ganze Säcke voll flimmernder Schneeflocken warf er jedem ins Gesicht der sich auf Deck hinauf wagte und riss das gute feste Takelwerk des Masten in hundert kleine Fetzen hu wie er uns drückt und zu beugen versucht sagten die Mastbäume die ja in Wirklichkeit starke Tannenstämme aus Schweden waren wir beugen uns wir neigen uns wir neigen uns aber wir brechen nicht des Sturmwinds laute Stimme ward noch übertönt durch das Krachen des aufbrechenden Eises wie sich die Schollen gegenseitig schoben und pressten sich zu hohen Mauern auftürmten und dann wieder auseinander barsten bis das vordringende Seewasser sie überflutete alles an Bord der Maria geriet in Aufregung auch die Eule schlug mit den Flügeln und setzte sich auf die schwankende Ra um über das weite Schlachtfeld des Eises Ausschau zu halten Hi wie der Südwind weht der Frühlingsbringer der mich und alle mit sich reißen wird auf seinen starken schwingen ich grüße den Südwind und lade ihn ein mich zu begleiten auf meiner tausend und ersten Reise zum Nordpol Der Schiff verstand nicht was die Eule sagte in dem schrecklichen Lärm er achtete auch nicht mehr auf sie denn eine große Sorge um sein Schiff und seine Mannschaft hatte ihn erfasst immer mächtiger flutete die See über das tauende Eis und auf einmal war die Maria wieder frei im tiefen Wasser sie drehte sich im Kreise und es kostete eine große Anstrengung sie jetzt nicht Eisschollen zu bewahren im Gedränge der Arbeit achtete man nicht darauf was von Westen von der großen freien Wasserseite her herauf kam nur die Eule sah es sie flatterte von ihrem Mast herunter und setzte sich dem Schiffe auf die Schulter sie dich um Olaf Eriksson sie kommen sie kommen die weißen Segler die dich abholen wollen zur lustigen Fahrt nach Norden der Schiffer blickte zur Seite und sah mit Entsetzen die vielen weißen Punkte die am Horizont erschienen die jede Sekunde größer wurden und von der Strömung getrieben mit Windeseile herankamen das waren die gefürchteten Eisberge die jedem Schiffe sicheres Verderben brachten Wir müssen südwärts steuern und ihnen ausweichen Kapitän rief der Steuermann sonst sind wir verloren gib Befehl Kurs nach Süden warum zögerst du willst du uns alle zusammen in den Tod führen Olaf Eriksson stand wie versteinert er schaute nach dem schimmernden Berg der der Haus hoch aus dem Wasser ragend mit schrecklicher Geschwindigkeit gerade wegs auf die Maria zusteuerte Sie tun dir nicht solange ich bei dir bin behalte Kurs nach Norden flüsterte die Eule in sein Ohr Wie sie sah dass er unschlüssig war da flog sie mit rauschendem Flügelschlag zum Steuerruder hin und setzte sich darauf Sie hob die rechte Kralle wie drohend und zur Abwehr gegen jeden bereit Da fiel etwas Blinkendes unter ihrem Flügel hervor und rollte auf das glatte Schiffsdeck dem Kapitän gerade vor die Füße Es war sein goldner Ehering der Ring dem Maria ihm gegeben Er bückte sich und nahm ihn und steckte den kleinen Reif wieder an den Finger der linken Hand und dann richtete er sich hoch auf Kurs nach Süden Steuermann rief er mit lauter Stimme und blitzschnell drehte dieser das schwere Rad herum das die Eule ihren Halt verlor und vor dem rauen Griff des Steuermanns zurückflatterte Kurs Kurs nach Süden Das Schiff bebte und wendete in dem schäumenden Wasser In diesem Augenblick drängte die haushohe Masse des Eisberges harscharf an dem Bug des ausweichenden Schiffes vorüber Zurück zur Heimat Zurück zu Maria Euch alle will ich retten und heimwärts führen rief der Schiffer Aber seine Stimme wurde vom Krachen der aufeinander stoßenden Eisberge übertönt Die Weiße Eule hatte das südwärts gleitende Schiff verlassen Sie saß nicht mehr auf dem Mast Sie saß auf dem schimmernden Eisberg und trieb mit ihm in die dunkle Ferne der nördlichen Gewässer Olaf Eriksson schaute ihr nach Aber seine Gedanken waren nicht mehr bei ihr Seine Gedanken waren bei Weib und Kind die er einen ganzen Winter lang hatte vergessen können Nun ging's zurück zu ihnen mit voller Fahrt und kein dämonischer Vogel würde ihn mehr verhindern südlichen Kurs zu steuern In diesem Augenblick erschien ein schmaler blutroter Streif über dem Eis im Osten Es war das erste Zeichen der endlich wiederkehrenden Frühlingssonne Die Eule fuhr auf dem Eisberge wie das offene Wasser reichte Dann breitete sie die Flügel aus und flog über die große Eiswüste die von da sich endlos dehnt dem ihr wohlbekannten Nordpol zu Mit Menschenkindern und ihren Treiben wollte sie von nun an nichts mehr zu tun haben Sie kehrte in ihr kaltes Reich zurück zu den Tieren die dort wohnten und die sie verehrten und verstanden Hinter dem dichten der das Reich des Nordpols noch immer undurchdringlich verhüllt ist sie verschwunden Schattendorf von Heinrich Federer Als der guten Frau Martha zu Schattendorf der Gemahl weggestorben war da legte sie ein schwarzes Gewand an und deckte ihr schönes Gesicht mit einem dunklen Schleier Nur bei ihrem Büblein Franz streifte sie den Schleier über die Stirne denn der Junge war ein lustig Ding und mochte das schwarze Tuch nicht leiden Es wohnte noch ein Mädchen im Hause Bertha halb Magd halb Tochter das hatte ein frisches Wesen an sich helles Haar eine laute Stimme flinke Hände und Füße aber am flinkesten war ihre Zunge Wenn Bertha am Mittag guckte die Sonne ein zwei Stunden lang über das Gebirge und rief Grüß euch liebe Schattendörfler Dann musste sie schon wieder Ade sagen Aber es war dennoch schön in diesem schattigen Tal Das Dorf lag rechts und links an einem Wald Wasser und es gab hier keine armen Leute Die Mädchen trugen blonde Zöpfe und die Buben zeigten beim Lachen ihre blitzblanken Zähne Gelbe Pflaumen und blaue Zwetschen wuchsen in den Gärten Das Schulhaus war zu klein aber es hatte einen guten alten Lehrer der nie den Stecken in die Hand nahm Er tupfte dem Faulenzer nur ein wenig mit der Kreide auf die Backe und sagte Sei brav und wisch das nicht ab bis es Vater und Mutter gesehen Aber auf dem Heimweg rieben Knaben und Mädchen einander die Flecken ab Man war zufrieden in diesem Dorfe Die alten Leute saßen am Fenster wenn die Sonne kam und sprachen Was ist doch das für ein Glück so viel Sonne Die Männer wirkten fleißig auf der Wiese oder in der Werkstatt und nur wenn die Sonne kam legten sie die Schaufel oder den Hobel ein wenig ab und stupften ihren Kameraden Schau die Sonne wie brav ist das von ihr Dann hubelten und schaufelten sie weiter Und erst die Frauen daheim Potz tausend welche Frauen Sie nähten wunderhübsche Kleider und flickten die Hosen der Buben so fein dass man mit der besten Brille nicht sah was das Loch gewesen war Aber zu Mittag und am Abend ging ein blauer Rauch aus dem Schornstein und es duftete so gut von gebratenen und gebackenen in die Gasse hinaus dass man hätte meinen sollen es wäre Kirchweih oder sonst ein großes Fest Nachher saßen die Mädchen unter der Tür und sangen mit den Amseln ihre Lieder in den stillen Feierabend Die Buben hockten gegenüber auf dem Haag und pfiffen dazu oder sprangen einander um den Dorfbrunnen herum nach unter dem Fenster aber standen Vater und Mutter gaben einander eine Prise Schnupftabak niesten und sagten wohl bekommt's Ja es war schön in Schattendorf und wenn der Nachtwächter um elf Uhr durch die Straße ging hörte er von allen Kammerfenstern her ein leises fröhliches Schnaufen alles schlief alle Lichter waren gelöscht nur im hintersten Hause brannte noch eine Lampe dort wohnte ganz allein Zacher der Zauberer niemand wusste woher er kam oder wie alt er war bald hüpfte er wie ein Jüngling bald kroch er dahin wie ein Greis einmal hatte er frische rote Backen ein andermal runzeln wie ein Apfel im April was er in seinem Hause trieb wusste niemand man nannte ihn nur den Zauberer sein Garten und der Garten von Frau Martha stießen zusammen daher sahen ihn Franz und Bertha oft und fürchteten ihn nicht wie die anderen Kinder warf er dem Frenzel doch manchmal saftige Äpfel und gelbe Butterbirnen über den Zaun dennoch war er ein böser Mann er hat es draußen in der Welt so wild und grausam getrieben daß ihn kein Wein mehr er er quirk er kein Tanz mehr er freute kein Lied fröhlich machte so viele Menschen hatte er zum Narren gehalten dass ihn niemand mehr liebte und man ihn von Stadt zu Stadt jagte Keine Ruhe fand er mehr da ging er in den Wald zum bösen Geist und fragte was muss ich tun dass ich Ruhe bekomme Ruhe kann ich dir nicht geben sagte darauf der Teufel aber ich gebe dir so viel Zauber wie du willst damit du den anderen Menschen auch die Ruhe nehmen kannst sie sollen es nicht besser haben als du damit war Zacher zufrieden er ging zu den Menschen zurück und überall wohin er kam gab es zank und blutige Köpfe eines Tages kam er auch in das stille Schattendorf und kaufte das Haus neben Frau Marthas Garten ärgerlich sah er zu wie am Dorfbrunnen zwei Kinder einen Apfel teilten sie hatten kein Messer und da bis zuerst Frenzel dann wieder Bertha einen Mund voll Apfel bis nur noch die Kerne übrig blieben wartet nur sagte Zacher in einem Jahr werdet ihr euch um den Apfel tot prügeln er ging ins Wirtshaus und zahlte den Leuten Wein so viel sie trinken wollten um sie hitzig zu machen aber die Schattendorfer standen nach dem dritten Glase auf und sagten es ist genug er warf Äpfel und Birnen unter die Schulkinder und es ist wahr die Knaben schlugen und die Mädchen kratzten einander aber nach einer halben Stunde waren sie wieder wie Bruder und Schwester Er gab dem Lehrer Bücher zu lesen worin wildes gefährliches Zeug stand aber der Lehrer verstand nicht einmal den ersten Satz und warf die Schriften ungelesen ins Feuer Es verging ein Jahr zwei Jahre drei Jahre zehn Jahre und immer noch war es Zacher nicht gelungen den Unfrieden ins Dorf zu werfen Die ganze Nacht studierte er über grauen Büchern was er morgen für einen neuen Zauber probieren solle Daher sah der Nachtwächter in jeder Nacht Licht in Zachas Haus Der Zauberer schenkte den Mädchen schöne Kleider und glaubte jede wolle das schönere haben Aber nein Jedes Mädchen glaubte es habe das schönste und jedes war zufrieden Als man ein neues Schulhaus bauen wollte sagte er den Leuten links am Bache Ihr müsst sorgen dass das Schulhaus auf eure Seite kommt Die Nachbarn über dem Bache wollen alles haben Die Kirche das Gemeindehaus und die Schule Dann lief er zu den Schattendorfern am rechten Ufer und reizte sie Ich höre dass man euch drüben das Schulhaus nicht lassen will und doch habt ihr den zu lasst euch nicht übertölpeln Jetzt gibt's sicher Krieg dachte er und rieb sich munter die Hände Aber siehe da Am Sonntag entschieden die Männer in der Gemeinde Wir wollen lieber den Frieden als ein neues Schulhaus und so behalten wir das Alter Sobald wir genug Geld haben bauen wir dann gleich zwei Schulhäuser Eins rechts für die Knaben das andere links für die Mädchen Da lief Zachar voll verdruss in den Wald zum bösen Zaubervater zurück und sagte Siehe ich kann den Schattendorfern nichts anhaben dein Zauber ist zu schwach da angefangen, antwortete der Teufel. Gleich willst du das ganze Netz voll Fische fangen. Zuerst muss man nur nach einem Fische angeln, und zwar nach einem jungen, kleinen, unerfahrenen. Fang also bei einem Kinder an. In deiner Nachbarschaft ist ja so ein toller Bube. Den packe. Er ist hübsch und reich. Die anderen schauen auf ihn. Male ihm die Fremde so prächtig vor, dass er nicht mehr im Dorfe bleiben will. Begleite ihn dann und wirf ihn in den wildesten Rausch der Welt. Dann lass ihn heimkehren. Es gefällt ihm hier nicht mehr, und er wird Dutzende von Schattendorfern mit sich in die weite Welt hinausreißen. So kommt die Unruhe, der Unfriede ins Tal. Darauf ging Zacher nach Schattendorf zurück und suchte mit Frau Martha bekannt zu werden. Aber Frau Martha trug noch immer den Schleier über den Gesicht und ging fast nie aus. Sie trauerte noch immer über ihren toten Gemahl und wollte, dass auch Frenzel und ihr Mäktlein nicht so lustig sein. Wenn der Knabe über die Stiegenlehne herunterritt und dazu pfiff, so tadelte sie ihn. Und stand er im Rasen auf dem Kopf und musste lachen, weil er jetzt alles umgekehrt sah, so schimpfte sie wieder. Ja, sie sperrte die Laden zu, wenn die Sonne schien, und ließ die Tannen hoch über das Haus hinaus wachsen, damit es immer dunkler in den Zimmern würde. Wenn man lustig ist, sagte sie oft, so wird man gestraft. Hätte ich früher nicht so viel gelacht, so müsste ich jetzt nicht so viel weinen. Mein Mann wäre noch am Leben. Nein, Mume, versetzte Bertha frisch weg. Er wäre noch früher gestorben. Da drüben der Duckmäuser. Der lacht nie. Dem traut man darum auch nicht. Wir Schattendorfer aber lachen. Und so oft auch Franz gescholten wurde, ging sie zu ihm und sagte, pfeife nur, singe nur, stehe nur auf dem Kopf. Das ist lustig. Darum hatte Frenzel das Bäschen so lieb oder noch lieber als ein Schwesterlein. Zacher dachte, ich muss mit diesem Mäktlein anfangen. Ich sehe, es gilt viel im Haus. Und als Bertha im Garten Stangen in die Bohnenbeete steckte, da trat er an die Hecke und fragte bescheiden, Jungfer Bertha, was haben Sie gesät? Böhnchen oder Zuckererbsen? Das kann der Herr im Herbst erfahren, wenn er so viel Geduld hat zu warten, lachte sie. Welch ein grobes Ding, dachte Zacher. Aber laut sagte er ganz höflich, will mir das hübsche Fräulein vielleicht im Herbst davon, wenn ich recht verstehe, eine Probe zu versuchen geben? Von der Stange kann er zwanzig auf den Buckel haben, aber von den Bohnen gebe ich ihm keine Erbse, sagte Bertha und kehrte ihm den Rücken. Dann fing sie so laut an zu singen, dass Zacher sich die Ohren zu halten und davonlaufen musste. Mit der Frechenmarkt ist nichts anzufangen, dachte er. Gut, ich probiere es mit der Frau. Er besuchte sonst nie die Kirche, denn das fromme, fröhliche Singen und Orgelspielen der Schattendorfer schmerzte seine schlechte Seele. Aber am Sonntag legte er nun doch ein feines, graues Kleid an mit seidenen Säumen am Ärmel, eine rotgeblumte Samtweste und eine schneeweiße Krawatte auf dem frischen Hemd. Er trug einen sehr hohen Kragen, Handschuhe aus feinstem Leder und schwang in der Hand einen Stock mit elfenbeinernen Knopf. Unter dem Arm trug er ein dickes Kirchenbuch mit Goldschnitt und silbernen Schlösschen. So ging er in die Kirche und setzte sich gerade neben Frau Martha und ihren Sohn. Niemand sang so laut die heiligen Lieder und schloss so andächtig die Augen dazu wie Zacher. Und Frau Martha dachte, welch ein frommer Mann. Als ihr ein dürres Pfeilchen aus dem Gesangbuch fiel, bückte er sich schnell und hob es auf. Mit einer tiefen Verbeugung reichte er ihr das Blümchen und Frau Martha dachte wieder, welch ein höflicher Mann. Nachher wartete er vor der Kirche und begleitete sie heim. Dabei tat er so artig und verneigte sich jedes Mal, wenn er Frau Martha sagte, so zierlich, dass die Witwe ihm zuliebe gern ein wenig den Schleier gelüftet hätte. Den Knaben fragte er, ob er schon reite und mit der Flinte umzugehen wisse. Nein, sagte Frenzel. Die Mutter hat unser Pferd verkauft und die Flinte des Vaters ist verrostet. Da bat Zacher Frau Martha, den Jungen zu ihm hinüberzuschicken. Er wolle dem Burschen auf dem Schimmel reiten und mit dem Jagdgewehr schießen lassen. Das müsse ein tüchtiger Jüngling verstehen. Ist das nicht zu lustig? fragte die Witwe ängstlich. Frau Martha, versetzte Zacher und verneigte sich wieder tief. Das Spielen mit hölzernen Rösslein und Papierkapseln ist freilich lustig, aber das Reiten auf einem lebendigen Pferd und das Schießen auf Hühner, Geier und Füchse ist was ganz Ernstes und hat schon manchen Tollkopf zum ruhigen Mann gemacht. Oh bitte, da nehmen Sie bitte Franz, so oft Sie wollen hinüber, bat Frau Martha. Sie lüftete nun wirklich den Schleier ein wenig und lächelte Herrn Zacher lieblich an. Sie sollen es nicht bereuen, antwortete der Zauberer. Bertha ließ zwei Tassen und einen Teller fallen, als sie hörte, Franz wolle zum Nachbar hinüber. Das kommt nicht gut heraus, meinte sie. Aber ich habe nichts zu sagen. Ich bin nur ein Magdlein. Wer hört auf mich? So begann Frenzels Kameradschaft mit dem Zauberer. Der Bube lernte Reiten. Zuerst um das Haus, dann über die Wiese, endlich durch das kleine Tal hinunter. Zacher ritt auf einem Rappen mit und immer, wenn sie unten im Tal umkehren mussten, sagte er, Das ist eben nicht weit. Ein Kindersprung. Du bist aber schon ein junger Mann. Man müsste aus diesem Loch hinausreiten. Du würdest große Augen machen. Welch eine Welt. Welch lange Straßen. Welche Ströme und Brücken. Welche Weite der Landschaft. Tagelang könnte man galoppieren und käme doch an kein Ende. Ach, ich möchte wohl dort reiten, sagte dann Franz eifrig. Und wenn sie im Walde einen Hasen schossen, brummte Zacher, so ein Hase sei gar nichts. Draußen in der Welt jage man nach Hirschen und Ebern. Da zittere die Au von dem Getrappe der Rosse, die Hörnerschallen, Tralalie, und die Wälder seien voll süßer Quellen und blauer Beeren. Und wieder seufzte Franz. Ach, ich möchte wohl dort einmal jagen. Dann zeigte Zacher Muschelkästlein, in denen man durch ein farbiges Glas Städte und blaue Seen, Eisenbahnen, ein ganzes Heer von schön gekleideten Menschen und Militär mit Mützen und Helmen und fliegender Fahne sah. Wenn Franz das Ohr an die Muschel hielt, so hörte er deutlich das Musizieren, das Rauschen der seidenen Kleider und das Kommandieren der Generäle. Von nun an gefiel ihm das Dorf nicht mehr. Wie langweilig ist es hier, jammerte er. Selbst der Sonne ist es zu langweilig, und darum geht sie so schnell von uns weg. Hier ist zu wenig Sonne. Er mochte nicht mehr mit Kameraden arbeiten und spazieren gehen. Dafür las er in Zachas Büchern, aus welchen es lockte und rief, »Fahr in die Welt, Franz. Die Welt ist schön. Die Welt ist groß und du bist jung. Hübsch, flink und reich. Drum fahre in die Welt. Hier versauerst und vertrauerst du.« »Mutter, lass mich fort. Zacher wird mich begleiten,« bat er. »Ja, liebe Frau,« unterstützte Zacher den Jüngling. »Lassen Sie ihn fort. Er hat die Unruhe in den Sohlen. Die lassen Sie ihn ausstampfen.« Aber Frau Martha wollte nichts davon wissen. »Das ist zu lustig für Franz,« sagte sie. »Ei, was, zu lustig?«, fragte Zacher. »Hier im Dorfe ist es zu lustig. Hier weiß man nichts von Not und Plage. Aber die Welt, Sapperlott, das ist eine furchtbar ernste Sache. Da sehe Franz, wie die Menschen sich schinden müssen und leiden und seufzen. Da haben Tausende das Lachen verloren.« »Sagt lieber den Frieden,« sagte Bertha, die gerade den Mittagstisch steckte. »Die Ruhe haben sie verloren und dafür die Unruhe heimgebracht.« »Du hast da nichts hineinzureden,« gebot Frau Martha und lud den Nachbar ein, mit ihnen zu Mittag zu essen. Als man die Suppe mit den Knödeln ausgelöffelt hatte, widersprach die Witwe den Bitten der Abreise nur noch halb. Nach dem Gänsebraten nickte sie schon ein wenig, und als sie gar noch ein Spitzglas Wein getrunken hatte, sagte sie, »Ja, ja, Herr Zacher, ich sehe, Sie meinen es gut mit Franzel. So reisen Sie denn, und bringen Sie mir den Jungen als einen ernsten Burschen mit.« »Wie eine Mutter will ich für ihn sorgen,« versprach der Zauberer ernst. Aber seine Schadenfreude, dass er Franz endlich in die wilde Welt werfen und so das Dorf langsam verderben könne, war so groß, dass er ein böses Lächeln in den Augenwinkeln nicht verstecken konnte. Das sah Bertha. Ihr war Franz so lieb. Traurig ging sie in die Küche und weinte. Sobald aber Zacher mit Franz aus dem Tal geritten war, stand sie hin vor Frau Martha und sprach, »Ihr seid eine schlechte Mutter, und euren Sohn habt ihr dem Teufel gegeben.« Da wurde die Witwe zornig. »Du willst klüger sein als ich? So eine gescheite Magd kann ich nicht brauchen.« Da packte Bertha ihr Bündel zusammen und ging zu ihrer Base, einer Kräuterfrau im Walde, die viel Geheimnisse für Leib und Seele kannte. Ihr erzählte sie die Geschichte von Franz und Zacher. »Hilf mir, gute Frau,« schloss sie. »Du musst ihnen nachjagen,« meinte diese, »sonst kommt es schief heraus.« »Aber ich bin arm und ungeschickt,« jammerte das Magdlein. Da steckte ihr die Base einen goldenen Ring an den Finger und sprach, »Das ist ein Zauberring. Küsse ihn, und sogleich werden deine Wünsche erfüllt. Probiere nur.« »Ich möchte ein schmucker Reiter sein,« wünschte Bertha und küsste den Ring. Sogleich war sie in einen prächtigen Jüngling verwandelt, mit kurzem Haar, weißen, engen Reithosen, mit Sporen und Gurt und Federhut wie ein Reiter. Vor der Tür wierte ungeduldig ein Ross. »Nun reite den zwei nach,« befahl die Base und stieß Bertha hinaus. »Gott mit dir!« Darauf galoppierte der junge Reiter von Dannen. Er Franz auf dem Schimmel. Er holte sie ein, grüßte und fragte höflich, ob er in ihrer Gesellschaft reiten dürfe. Zacher runzelte mürrisch die Stirn, aber Franz sagte freundlich, »Ja!« Der Reiter erkannte Bertha nicht, nur Zacher schnüffelte mit der Hakennase, als rieche er etwas. Die Sonne brannte, der Staub flog um Nase und Augen, und die Rosse trabten müde und hingen ihre Zungen heraus. »Wie heiß es ist,« klagte Franz. »Wir sind bald am Ziel,« versprach Zacher. »Dort, der blaue Streifen, ist das Meer, und wo der graue Nebel liegt, da ist die Stadt. Dort gibt es schattige Hallen, und der Seewind fährt frisch vom Wasser her in die Gassen.« »Auch ich bin müde,« sagte der verwandelte Reiter, »aber die Stadt fliegt noch weit.« »Bis Mittag sind wir dort,« verhieß Zacher und murmelte leise einige Zauberworte. Da schienen die Bäume und Zaunenstecken viel schneller am Wege vorbeizufliegen. »Nein, vor Abend kommen wir nicht an,« widersprach Bertha und küsste den Ring. Da war es, als wenn jener blaue Streifen sich gar nicht näher bewegte, die Sonne immer heißer, der Staub dicker und Mensch und Pferd müder wurde. Baum und Haag wollten gar nicht vorbei.« »Jetzt möchte ich hinter dem Berge liegen,« fuhr Bertha fort. »Dort ist es kühl und schattig. Daheim sitzen jetzt die Brüder im Dorfe unter den Bäumen oder am Brunnen, und wir verschmachten schier.« Da seufzte Franz und blickte fast zornig auf Zacher. Zum ersten Mal dachte er leise, ob er nicht besser getan hätte, daheim zu bleiben. Todmüde kamen sie abends spät in die große Stadt, und Bertha verabschiedete sich. Einige Wochen lebte nun Franz in Saus und Braus. Nie dachte er an sein Dorf und Mütterlein zurück. Die Läden voll Schmuck und Süßigkeiten, die Brunnen mit Drachen und Geiern aus Marmor, die Paläste und Türme, das lärmende Volk, die wunderbaren Theater, das Meer mit seinen Schiffen und Muscheln, die Musik, das Militär und der Ball beim König. Oh, wie schön war das alles, besonders der Ball. Da sah er verschiedene niedliche Jungpferchen, die trugen Schuhe, fast so klein wie Mandelschalen, und das Haar saß wie eine goldene Krone auf dem Haupte aufgebunden. Wie Morgenwölk flatterte es von Spitzen und Schleiern. Eine war besonders schön. Schneeweiß war ihr Gewand, und ihr Gesicht glich ganz dem Mäktlein zu Hause. Ihre Händchen waren wie aus Elfenbein, und der Hals schoss wie ein Lilienstängel aus dem Kragen. Wenn sie lachte, knospete der Mund auf wie eine kleine dunkelrote Rose. Neben diesem Fräulein gefielen dem Franz die anderen Damen nicht mehr. Er tanzte nur noch mit ihr und fragte, als er sie hinter einige große Blumenstöcke gezogen hatte. Bist du eine Tochter aus der Stadt? Nein, sagte sie traurig. Ich bin aus einem geringen Dorfe. Ach, erwiderte er, wo du daheim bist, muss es schöner sein als in diesem Königshaus. Oh ja, ich möchte gern wieder heim, dort bin ich glücklich, sagte sie, und eine wasserhelle Träne blitzte aus ihrem Auge. Da küßte er ihre Fingerspitzen und wollte schon sagen, Befiel, und ich führe dich heim. Als Sache hinzutrat und befahl, Komm, Franz, der König will dich sehen. Aber als sich Franz an diesem Abend zu Bett legte, dachte er noch lange an seine Bertha daheim, der das Fräulein so sehr glich. Draußen rumpelten die Wagen durch die Straßen, und die frechen Laternen schienen ihm grell ins Zimmer. Da erinnerte er sich an sein ruhiges Dorf, an die liebe Mutter, an die dunklen Tannen hinter dem Hause, und wie er jetzt dort in seiner Kammer nur den Wald rauschen und den Brunnen schwatzen hörte, und vielseliger schlief er ein. Es war ihm, als müsse er wieder heim zur Mutter springen, ihr noch einen Kuss geben und ihr Gute Nacht sagen. Als er einschlief, da sah er im Traum die Mutter mit beiden Armen nach ihm langen. Sie trug jetzt einen noch längeren und dichteren Schleier. In den nächsten Tagen verlor er das Heimweh wieder, denn Zacher fuhr mit ihm auf das Meer hinaus. Sie landeten auf einer grünen Insel und bestiegen dort einen Berg, an dem die blauesten Trauben bis an den Gipfel hinauf wuchsen. Dann jagten sie in großen Wäldern, machten manches Fest mit und kehrten nach einigen Monaten wieder in einer großen Stadt ein. Da speisten sie in einem Garten, wo Grafen und adlige Frauen an Marmortischen saßen und Torten und süße Früchte aßen. Hinter dem Laub der Zitronenbäume spielte eine Musikbande wunderbare Lieder. Zacher plauderte und spaßte köstlich, und Franz, der in den letzten Tagen wieder Heimweh gehabt hatte, lachte sich aus und sagte, hier ist gut sein. Aber plötzlich wurde er ganz bleich und machte Psst. Die Musik schwieg und ein einzelner Trompeter blies nur noch. Aber welch ein Lied? So einfach, so süß und traut. Man bekam Heimweh, wenn man es hörte. Es war nichts von der Stadt darin, sondern man glaubte in diesem Liede das Dorf zu sehen, seine Glocken und Brunnen, seine Linden und Kinder zu hören. Franz kannte das Lied. Wie oft und wie schön hatte es daheim Bertha gesungen. Ich hab es nicht gern, es tut mir leid. Meine Heimat ist fern, meine Mutter ist weit. Schon lange Zeit, schon lange Zeit. Wer ist der Trompeter? fragte Franz. Ich will ihn sehen. Ein fremder Künstler, antwortete der Kellner. Niemand kennt ihn. Sacher fasste Franz am Ärmel, aber der Jüngling riss sich los und stürzte durch die Bäume zur Musikkapelle. Dort stand der Bläser. Es war ein Jüngling, den er nicht kannte und der ihm doch so bekannt vorkam. Man sollte meinen, es wäre Berthas Bruder, dachte der arme Franz und sein Auge wurde nass. Gehen wir fort, befahl er zacher, zornig. Hier mag ich nicht bleiben. Ich habe genug Stadt. Was willst du denn? fragte der Zauberer ärgerlich. Auf die Jagd? Das ist mir verleidet, sagte Franz. Aufs Meer? Das kennen wir schon. Ins Theater? Das ist erlogenes Zeug. Heim möchte ich, Zacher. Heim. Da blitzte es im Auge des Zauberers furchtbar. Doch gleich lächelte er wieder und spottete. Heim? Dass dich die Leute auslachen und die Knaben rufen, der Peter in der Fremde? An diesem Abend ging Franz noch trauriger als das erste Mal schlafen. Halb fürchtete er sich vor Zacher, halb schämte er sich vor seinem Dorfe schon heimzugehen. Aber im Traume sah er die Mutter wieder, wie sie die Arme nach ihm streckte und unter dem Schleier hervorrief, so komme doch heim, Franz, komme. Als er erwachte, war sein Kopfkissen ganz nass vom Weinen. Er kehrte es um und sah dabei, wie der Mond hell ins Zimmer sah. Schon wollte er sich wieder niederlegen. Da hörte er vor der Tür ein heftiges Schluchzen. Was ist das? Da weint noch jemand, dachte er, schlüpfte in die Hosen und trat auf den Gang hinaus. Hier saß an einem kleinen Tisch ein Kammermädchen mit weißem Häubchen und deckte mit ihren feinen Händen das Gesicht und weinte bitter. Die Kerze auf dem Tischchen war bis auf das Stümpfchen verbrannt, aber der Mond leuchtete vom Gangfenster über ihr helles Haar und ihre weichen Finger. Was ist dir? fragte Franz mitleidig. Ach, du kannst mir doch nicht helfen, jammerte die Kleine durch die Finger hindurch. Vielleicht doch, wer weiß, ermutigte Franz das Mädchen. So gib mir meine Mutter, mein Dörfchen zurück. Deine Mutter, dein Dorf, das habe ich ja beides selber auch verloren, rief Franz. So bist du auch so arm wie ich, klagte das Mädchen und nahm die Hände vom Gesicht. Franz sah das liebliche Köpfchen Berthas vor sich. Bertha, bist du es wirklich? rief er voll Freude und umarmte und herzte sie. Es war ihm, als habe er schon die halbe Heimat gefunden. Ja, gestand das Jungfräulein und wurde ganz rot. Ich bin dir nachgelaufen, um dich dem Zauberer zu entreißen. Ich kam zu dir als Ritter, als Hoffräulein, als Musikant und jetzt als Zofe. Aber nun kann ich nicht mehr. Ich habe Heimweh, ich muss zurück. Ich auch, sagte Franz schnell. Fliehen wir miteinander, jetzt sogleich. Sie kleideten sich um und schlichen leise, damit Zacher nicht erwache, aus dem Gasthof. Fest hielten sie einander an den Händen. Bertha küßte den Ring. Da wich der Boden unter ihnen. Es war, als wären sie Vögel. Sie schwebten hoch über den Türmen und Dächern der Stadt aufs Land hinaus. Bald lag die Stadt im Nachtnebel weit hinter ihnen. Tief unter ihnen gingen breite Ströme vorbei. Gelbe Kornfelder. Dunkle Wälder. Hier und da hörten sie eine Nachtwächter oder einen Stundenschlag von den Dörfern herauf. Endlich sah man die Berge. Immer deutlicher. Immer größer wurden sie. Schon hatten die zwei ihren blauen Schatten erreicht. Jetzt ist's nicht mehr weit, flüsterten sich die beiden lustig zu. In dieser Nacht konnte Frau Martha nicht mehr schlafen. Schien der Mond zu hell? Oder fürchtete sie sich in ihrem öden Haus? Ach ja, ihr ist nicht wohl so allein. Wie oft hatte sie schon nach ihrem Knaben und nach dem Mäktlein geweint? Die Dorfleute haben ihr erzählt, welch ein Zauberer Zacher sei, wie er das Dorf mit dem Schulhaus in Zank bringen, den Lehrer mit giftigen Büchern verderben wollte und nun ihrem Franz nach und nach den Kopf verdreht habe. Nun sieh zu, wie du das wieder in Ordnung bringst, sagten sie. Das brave Bertelchen hast du auch fortgejagt. Eigentlich geschieht dir recht, dass du jetzt allein bist und weinen musst. Frau Martha fiel fast zu Boden, als sie das hörte. Dann zog sie den Schleier vor Scham noch tiefer ins Gesicht hinunter und weinte heftiger als Sam Sarge ihres Mannes. Nachts stand sie bei jedem Glockenschlag auf, öffnete die Fenster und rief bald dem Mäktlein, bald dem Frenzel. Wie gerne hätte sie die beiden wieder lachen gehört, in ihrem einsamen Hause. Dann lief sie wieder die Treppe hinunter und tat die Haustür auf, als müssten ihre beiden Lieben hereinkommen. Aber in dieser mondhellen Nacht hatte sie auch gar keine Ruhe. Immer wieder stand sie auf und lief im Zimmer herum. Jeden Augenblick meinte sie, es habe geläutet. Plötzlich sah sie ein Licht drüben im Hause des Zache aufblitzen. Was ist das? dachte sie erschrocken. Wer wohnt jetzt da drüben? Inzwischen waren Franz und Bertha leise in den Garten geschlichen und hatten sich auf das Bänklein unter dem Apfelbaum gesetzt. Sie wollten die Mutter nicht wecken. Da sie großen Durst von der Reise bekommen hatten, so schüttelte Franz seinen runden Apfel herunter und bald bis er, bald Bertha ein Stück davon ab, gerade wie sie einst am Dorfbrunnen es gemacht hatten. In diesem Augenblick erblickte sie die schlaflose Witwe von ihrem Kammerfenster und stieß seinen mächtigen Freudenschrei aus. Wie ein Bube rannte sie die Stiege hinunter, riegelte das Tor auf und fiel Bertha und Franzen um den Hals. Sie lachte und weinte vor Glück durcheinander. Daheim, daheim, jubelte Franz. Jetzt ist mir wieder wohl. Aber, lachte Bertha schelmisch, ist hier nicht so viel Schatten? Doch Franz hielt ihr das Mäulchen zu und rief, Oh, wir haben schon genug Sonne, wenn du bei uns bleibst. In diesem Augenblick zuckte drüben bei Zacher das Licht grün und schwefelgelb wie ein Blitz auf und erlosch. Es war, als sei es in die Erde gefahren. Das ist Zacher, der Teufel, sagte Franz ruhig. Aber ich fürchte ihn nicht mehr. Ich bin ja daheim. Hier hat er keine Gewalt über uns. Von nun an lebten die drei im Frieden ihres Hauses und Dorfes glücklich beisammen. Frau Martha hat den Schleier in die hinterste Ecke ihres Kleiderkastens gehängt und zeigt jetzt allen Leuten ihr noch immer hübsches Witwengesicht. So lacht doch wieder einmal, sagt sie oft zu Franz und Bertha, wenn es ihr zu still im Hause wird. Lange war das Zacherhaus verödet und fing an abzubrückeln. Spinnen und Gedörn umzogen sein Gemäuer. Da rissen die Schattendörfer endlich das Gestrüpp aus, reinigten und bauten das große Haus um und machten ein schönes, helles Schulhaus da raus. Jeden Morgen und jeden Nachmittag sieht man Bubenschöpfe und Mädchenzöpfe aus seinen 24 blanken Fenstern gucken, bis die Hand des Lehrers ein Ohrläppchen oder eine Haarschleife packt und die vorwitzigen Läutchen zur Wandtafel kehrt. Da heimbleiben, sagt er dann regelmäßig, nicht immer in die Fremde schweifen. Ei, wie bekannt ist uns seine Stimme. Aha, das ist ja der Frenze. Schullehrer ist er geworden und eben lässt er seine Schüler singen, In der Heimat ist es schön. Da klopft es an die Tür. Sein Weibchen, die lustige Bertha, steht draußen und fragt, Willst du zum Mittag lieber ein Apfelküchlein oder eine Mandeltorte, Männchen? Apfelküchlein, sagt Franz schnell. Denn die Äpfel sind in unserem Dorfe gewachsen. Nach einer Viertelstunde schmort und duftet es aus der Küche, dass einem das Wasser im Munde vor Appetit zusammenläuft. Aber auch aus den anderen Küchen riecht es nach würzigen Suppen und saftigen Fleischtöpfen. Und hernach geht es wieder an ein fröhliches Arbeiten und abends wird auf den Gassen gesungen. So lebt man heute noch im Schattendorf und ist mit Sonne und Schatten gleich zu Frieden. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Märchen gefallen haben und du noch nicht schläfst, würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Und falls du noch nicht schlafen kannst, findest du hier eine weitere Märchensammlung. Bis bald.